Ein Kompliment an Herrn Röttcher, dass er den Mut gehabt hat, das Buch herauszubringen. Ich habe mich jedenfalls gefreut wie Schneekönig, dass dieses Buch erschienen ist, weil 2008, als ich mein Buch Hitlers amerikanische Lehrer geschrieben habe und herausgebracht habe, war es erst mal einige Jahre sehr still und ich bekam dann vielleicht ab und zu mal irgendwelche eher negativen, oder abfälligen Rückmeldungen. Aber seit 2014 wird es um mich herum immer lebendiger. Immer mehr Leute begreifen, dass die ganze Geschichtsschreibung einer dringenden Revision bedarf. Wenn man hineinschaut in die Archive und sich die Primärquellen anschaut, dann kann man eigentlich nicht mehr an das offizielle Narrativ von den, sage ich mal, autoritätshörigen Deutschen und den militaristischen und antisemitischen Deutschen als Sonderweg glauben. Das heißt, man muss es differenzierter betrachten. Es ist nicht so manichäisch gut und böse, sondern es ist, sage ich mal, differenzierter. Es gibt überall Böse und Schlechte und vieles, was so hier ausgelebt ist, wurde woanders ausgebrütet. Und das ist auch ein Thema des Romans von Cyril Mogue. Und ja, es herrscht eben immer noch dieser Tsunami des angloamerikanischen Narrativs. Also derjenige, der den Krieg gewinnt, dessen Geschichtsschreibung wird dann auch im Allgemeinen übernommen. Und das, denke ich aber, ist im Moment ganz spannend. Das ist nämlich gerade so ein bisschen am sich ändern. Also ich habe früher auch an diese ganzen Geschichten geglaubt. Die Alleinschuld der Deutschen. Und ja, ich habe dann meinen Eltern, meine Eltern gequält, gesagt, also hier seid mal schön still mit euren Flüchtlingen und mit dem Bombenterror. Ihr habt doch schließlich die Schuld an allem. Ich habe, wie gesagt, mich in die Primärquellen reingestürzt und habe dann irgendwie doch ein ganz anderes Bild bekommen. Und es ist, wie man in der Wissenschaft sagt, ein Desiderat. Das heißt, es ist etwas, was wissenschaftlich noch gar nicht richtig beleuchtet ist, gründlich. Und man müsste eigentlich eine Stiftung gründen, wo 20 Wissenschaftler hauptamtlich mindestens damit beschäftigt sind, die Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand der Primärquellen neu zu erforschen. Das Problem ist natürlich, dass keiner sich findet, der das sponsorieren würde, das Geld dafür spenden würde. Heute haben wir dafür vielleicht einen anderen Weg erst mal, solange bis, sage ich mal, alles wissenschaftlich einwandfrei bearbeitet ist. Es gibt ja die Möglichkeit, sich über einen anderen Weg, nämlich mal wegen zum Beispiel die Anstalt oder Georg Schramm oder Volker Pispers, bringen Wahrheiten auch über die großen Medien, die sonst nicht erlaubt sind, die sonst eigentlich eingeverklappt sind und so nicht gesagt werden dürfen. Durch das Narrenkostüm darf es sein. Und es gibt eben noch ein anderes Medium, was jetzt Cyril Moog gewählt hat, nämlich die Romanform. Also sozusagen jetzt nicht mit dem Anspruch anzukommen, dass jetzt jede Quelle total hinterfragt werden muss, sondern einfach eine Hypothese zu machen, so könnte es gewesen sein. Und ich hatte auch schon mal die Idee, ich habe ja angefangen, die amerikanische Eugenik als Ursprung der deutschen Rassenhygiene darzustellen und zu erforschen. Das war ein kleiner Ansatz, ganz kleiner Blickwinkel. Aber es gibt viele andere Themen, wie zum Beispiel wer finanzierte Hitler etc. Und er hat jetzt den Weg gewählt in Form eines Romans. Sachen, die eigentlich ganz klare Tatsachen sind, die aber, wo wir noch 20 Jahre brauchen, glaube ich, um das in der Wissenschaft durchzupauken, einfach jetzt schon mal deutlich zu machen. In Form eines fiktiven Romans. Und er will, habe ich gehört, in fünf Romanen, also das ist jetzt der erste, der neue Mensch, der geht von 1918 bis 1923. Und er möchte das weiterführen, eigentlich bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich finde das sehr faszinierend und bin schon gespannt, wie er da weiter aufarbeitet. Er hat das hier also erst mal verpackt, auch in einer eher unwahrscheinlichen Liebesbeziehung, aber eben ganz bewusst, um beide Wirklichkeiten darzustellen. Auf der einen Seite ist da die Anna, das ist sozusagen eine Freidenkerin oder man würde heute sagen eine Hippie-Frau, eine Lebensreformerin, Drogentesterin, Jazz-Liebhaberin und auf der Suche nach sexuellen Experimenten. Also und auf der anderen Seite als Antipode, ihr Freund, der Heinrich, ein traumatisierter Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, der verhärtet und verbittert, dann als Freikorpskurier, also zwischen verschiedenen versprengten Freikorpsgruppen vermittelt und Informationen weiterträgt. Und die beiden treffen sich, das ist ein geschickter Kunstgriff, um sozusagen beide Wirklichkeiten der damaligen Zeit miteinander oder für uns deutlich zu machen, hat er diese beiden Kunstfiguren entwickelt. Und so schauen wir eben durch die Seeschlitze von Anna und Heinrich in die zwei Antipodenwelten jener Zeit, nämlich einerseits, ja, da steht auf dem Buch Roman. Roman, da brauchen Sie keine Angst haben, das heißt nicht wie bei Dostoyevsky, dass Sie jetzt da ein Soziogramm an die Wand hängen müssen, um noch zu verstehen, wer mit wem verbandelt ist und auch nicht wie bei Thomas Mann jetzt unbedingt so viele Subtexte und Subgedanken erspüren müssen, sondern es ist eigentlich der Begriff für ein Drehbuch. Es ist ein Drehbuch mit spannenden Szenen, die aufeinander zugehen und wo es dann auch mal verschränkende und wieder auseinanderlaufende Handlungsstränge gibt. Die wesentlichen Gedanken, auf die ich Sie noch aufmerksam machen möchte, wir leben in einer Zeit großer Umbrüche. Es ist gerade im Moment eine Zeit, wo das transatlantische Weltbild, also quasi, dass die USA, die westliche Wertegemeinschaft uns führt, mit schützender Hand abgelöst wird, durch einen offenkundig aus China und aus Russland kommenden eurasischen Zusammenhang. Und in dieser Zeit ist dieses Buch eigentlich besonders spannend, weil es eben genau zeigt, wie damals verhindert wurde, dass Europa sich nach Eurasien hin öffnen konnte, wie künstlich Mauern gebaut wurden, um uns dann mit einem Partner zusammenzubinden, zu verschweißen, der 8000 Kilometer Ozean dazwischen hat. Und das hat zwei Weltkriege gekostet und ungefähr 100 Millionen Tote und viele, viele Verletzte, um das durchzusetzen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und im Moment, wie gesagt, sehen wir die Götterdämmerung der transatlantischen Weltordnung. Trump, weiß nicht, muss man vielleicht dankbar sein dafür, dass er das ein wenig beschleunigt, diesen Klärungsprozess. Und ja, jedenfalls, genau, da wird also zum einen durch Heinrich zum Beispiel die Welt der Wasps, der White Anglo-Saxon Protestants gezeigt, der Anglo-geprägten Elite-Menschen in den USA, deren Ehrgeiz war, die ganze Menschheit nach ihrem Bilde zu formen, durch die Eugenik, durch die Manipulation des Genmaterials. Und dass das dann sozusagen übertragen wurde auf Deutschland, habe ich in meinem Buch zum Beispiel, Hitlers amerikanische Lehrer, halt dokumentiert. Und durch die Augen von Anna erleben wir den freiheitlichen Gegenentwurf. Die Münchner Räte-Republik, die Lebensreform-Experimente auf Monte Verità in Ascona, wo dann auch Hermann Hesse-Nackert da im Garten rumlief. Also ich sage mal, Hippie-Kultur, das war nur ein schwacher Abklatsch von dem, was in den 20er Jahren schon passiert ist oder vorher schon. Oder die Lebensextase der schwarzen Bohem-Szene in Harlem, New York. Das ist auch ganz interessant. Also so in der Form habe ich das jetzt auch noch nicht geschildert bekommen. Und, meine Damen und Herren, ganz wichtig bei seinem Buch, er weist darauf hin, dass die Geistigkeit in Deutschland auch immer eine spirituelle war. Dass es immer darum ging, bei Goethe und anderen Denkern, wo stehen wir im Kosmos und wie verhalten wir uns in dem ganzen Umfeld dieser Erde und so weiter. Und auch Humboldt und die ganze humanistische Bildung ging in diese Richtung. Und er hat darauf mal wieder aufmerksam gemacht. Und das steht im Gegensatz sozusagen zum angloamerikanischen Materialismus, der also sozusagen davon ausgeht, der Mensch ist ein perfekter Roboter. Und den muss man nur eben einfach entsprechend umprogrammieren. Das klingt jetzt ein bisschen wild, aber lesen Sie dazu auch noch Fabian Scheitler, das Ende der Megamaschine. Dort wird das, glaube ich, auch sehr schlüssig und frei von irgendwelchen, sage ich mal, neoromantischen Konnotationen dargelegt. Also er liegt absolut richtig damit. Und so sind vielleicht Voodoo-Priester und Jazzmusiker Goethe und Humboldt näher als Hume oder Spencer. Ja, und dann will ich nur noch abschließend sagen, sozusagen Che Guevara kopierend, schafft viele Cyril Mooks, damit wir nicht nur die politische Revolution schaffen, sondern auch die geistig-spirituelle-mentale. Und damit übergebe ich jetzt an Cyril Mook und freue mich auf seinen Vortrag. Ja, lieber Hermann Plopper, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, wie es soweit kommen konnte, sozusagen hier zu stehen. Und dann, als ich damals Ihr Buch gelesen habe und mich davon sehr stark inspiriert habe, um meine Figuren zu kreieren, hätte ich natürlich nicht gedacht, dass wir eines Tages so hier vereint werden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und vielen Dank auch an Sie für Ihr Interesse, dass Sie gekommen sind und diesen wunderbaren Verlag, Thomas Rötscher, der eben sich einsetzt, dass wir auf eine andere Art und Weise hier unser geliebtes Europa, unser geliebtes Deutschland, die geliebte Menschheit weiterführen können mit mehr Herz und geistiger Freiheit vor allem. Für mich seid Ihr auf jeden Fall Vorreiter und, wie hatte ich es mir zurechtgelegt, mutige Vorkämpfer und Verfechter der Freiheit und der Wahrhaftigkeit. Vielen Dank. Vorwort. Nach Jahren des Umherschweifens, letztlich wohl des Ausweichens vor der Aufgabe, bin ich nun also doch dem Drange erlegen, jene Geschichte hier niederzuschreiben, die da in mir rumorte und pochte und mir die Ruhe raubte. Und allein wenn ich sehe, in welcher Diktion ich hier beginne, schaudert es mich, als würde ein anderer, ein früherer, die Feder führen und aus mir sprechen, als überlappten sich in mir die Zeiten. Tatsächlich offenbarten sich mir die geschilderten Geschehnisse vor meinem inneren Auge, als sei ich selbst darin verstrickt gewesen und hätte grauenhafte Untaten begangen. Obgleich mich heute doch kein vernünftig denkender Mensch dafür mehr verantwortlich machen könnte, bin ich selbst doch erst sehr viel später, 1970, im Zeichen des Krebses geboren. Da aber doch nun mal Erinnerungen an eine Zeit viele Jahre vor meiner Geburt in mir aufstiegen und ich in ein intensives, inneres Bild erleben eintauchte, woraufhin ich die hier erzählte Geschichte mit beeindruckender Leichtigkeit aufzuschreiben vermochte, als sei es meine eigene, so gibt es dafür nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder spielten meine neuronalen Netzwerk ein merkwürdiges Spielen mit mir oder unser materialistisches Weltbild ist schlichtweg falsch. In unserer Zeit der schnellen Lektüre und seichten Gewässer ist dies nun ein Buch für all jene, welche die historischen Hintergründe, die Wurzeln sowie deren feine Verästelungen der geistigen Entwicklung hin zum Nationalsozialismus kennenlernen und verstehen möchten, wie Menschen dazu kamen, dem Dämon zu folgen und ihn in sich aufzunehmen. Ihm gegenüber stehen Potenziale, die nicht nur in Deutschland hinweggespült wurden, erfasst von einer mächtigen Welle, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts und nach Ende des Ersten Weltkrieges forciert weltweit aufbaute. Dies zeigt sich an der Geschichte von Heinrich und Anna, beide im Jahre 1900 geboren. Sie erzählt einerseits von dem lichten Feuer, welches sich in Annas Herz entzündete, andererseits von jener eisigen Dunkelheit, in die Heinrich hineingezogen wurde und offenbart die Machenschaften derer, welche dafür verantwortlich zeichnen, was die Deutschen stets nur sich selbst aufbürdeten. Dies mag zu einem durchaus befreienden Erlebnis führen und auch auf unsere heutige Zeit ein erhellendes Licht werfen. Heimkehr 16. April 1919 in der Nähe von Ulm Schneeschleier umwehten die Windschutzscheibe, die Landschaft war wie von einem Leichentuch bedeckt. Während sonst um diese Jahreszeit die Hoffnung auf den Frühling auf einen Neuanfang keimte, schien dieser Winter hier kein Ende nehmen zu wollen. Ich blickte aus dem nach Benzin stinkenden Heereslastwagen und dachte an all die Kameraden, die in der kalten Erde lagen. Ich aber war ein Überlebender. Willkommen in der Heimat, sagte der Fahrer mit ironischem Unterton, während sein Atem in der kalten Luft kondensierte. Ein junger Kerl, vielleicht 18 Jahre alt, der Mühe hatte, die Augen offen zu halten, während er das Lenkrad mit schmutzigen Händen fest umklammerte, als müsse er auf hoher See navigieren. Wir befanden uns auf einer rumpeligen Landstraße Richtung Ulm, die sichtbar noch Spuren des Krieges zeigte und waren in dicke Decken eingewickelt, da sich das Fenster neben mir nicht mehr schließen ließ. Wie so viele meiner Kameraden war ich noch immer gezeichnet von den Strapazen der letzten Monate des Krieges, der bis in den November hinein getobt hatte. Kantige Backenknochen, fahle Haut- und Augenringe zeugten davon, dass die Schrecken weiter wirkten, auch wenn der Krieg vorbei war und wir uns nun schon seit einigen Wochen neuen Aufgaben stellen mussten. Nachdem ich mich 1917 zur Armee gemeldet hatte, schickte man mich zur weiteren Ausbildung ausgerechnet nach Belgien. Meine Mutter war Belgierin. Dort wurde auf einem großen, schlammigen Exerzierplatz ein Sturmbataillon zusammengestellt, eines jener Himmelfahrtskommandos, das die meisten von uns direkt in die Arme des Todes trieb. Trotz heftigen Beschuss von Flachbahngeschossen hatten wir, in die feindlichen Schützengräben einzudringen, um der unmittelbar danach eingreifenden Infanterie den Weg zu bahnen. Wenn ich jetzt daran dachte, sah ich noch immer die entsetzten Augen der Soldaten aufblitzen, Franzosen und Belgier, die ich töten musste, um mein eigenes Leben zu retten. Dabei war mir stets zumute, als zöge ich gegen einen Teil meiner selbst zu Felde. Ein Albtraum ohnegleichen. Zigarette? Der Fahrer hielt mir ein Päckchen entgegen, ich nickte dankbar, doch noch während ich eine herauszog und mit einem Streichholz anzündete, drifteten meine Gedanken schon wieder ab. Nach Kriegsende wurde unser Regiment nach Ulm abkommandiert, wo das Oberkommando Ulm gebildet wurde, es unterstand Generalmajor Arnold von Möhlen, ebenso wie alle mobilen, bayerischen und württembergischen Truppen am Lech, denen auch die neu aufgestellten Freikorps zugeordnet werden sollten. Man wollte nun also uns brave Frontsoldaten gegen die Matrosen ausspielen, welche die Revolution vom Zaun gebrochen hatten. Dabei vergaßen viele, dass auch an der Front die Stimmung reif dafür gewesen war. Einer derjenigen, die den Auftrag erhalten hatten, ein Freikorps zur Rückeroberung Münchens aufzustellen, war Rudolf von Sebotten Dorf. Eine Persönlichkeit, um die sich verschiedenste Gerüchte rangten wie Efeu um ein verwünschenes Schloss. Ihm sollte ich demnächst als Verbindungsoffizier zur Seite stehen, um die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Armee sicherzustellen. Ich war ausgesprochen überrascht, dass man mich hierfür ausgewählt hatte, war ich doch während des Krieges als Sturmtruppsoldat mit ganz anderen Aufgaben betraut gewesen. Ich hatte versucht, es abzulehnen, aber Befehl war Befehl. Ich sollte es als große Ehre ansehen, so sagte man mir, als Vertrauensbeweis, denn es zeigte, dass man an höchster Stelle auf mich aufmerksam geworden war, was auch immer das bedeuten mochte. Ursprünglich hatte der Krieg für mich etwas Besonderes sein sollen, eine Weihe, der Übertritt in die Welt der Erwachsenen. Ich wollte ein richtiger Mann werden, auch um Anna zu imponieren und mich ihr gegenüber als würdig zu erweisen. Die Schulbücher hatten uns damals noch weismachen wollen, dass wir in einen von Heldenmut geprägten Kampf zogen, der Mann gegen Mann geführt wurde, so wie 1870-71, als wir die Franzosen im Handumdrehen besiegten. Stattdessen erwies sich der Krieg als ein Drache, der feuerspeinend seine dunklen Schwingen über uns ausbreitete und sich mit rotem Menschenblut vollsoff. Wie naiv wir doch waren. Welch stolze Erwartungen mit uns in den Schmutz gezerrt wurden. Stets Nietzsche im Gepäck war uns der Krieg, Abwechslung und Aufbruch aus der alten Welt gewesen. Befreiung von Enge und Kleinlichkeit, ein Katalysator der Erneuerung, heiliger Ernst und berauschendes Abenteuer zugleich. Nichts weniger als die Geburtsstunde des Übermenschen, der sich über die Begrenzungen des ausgehenden Zeitalters erhebt, der die schnöde Sklavenmoral, der Gut und Böse, Sophie, Gefühlsduseleien und übertriebene Sensibilität in sich ausmerzt und überwindet, um sich in heroischer Selbstentfaltung der Sonne zu nähern. Doch dann kam alles ganz anders. Mit leeren Händen kehrten wir zurück aus der verlorenen Schlacht, verstört, enttäuscht und desillusioniert. Keine Siegesfeiern, keine Fanfaren, die uns stolz den Blick gen Himmel heben ließen, keine jubelten Massen, keine Frauen, die sich uns um den Hals warfen, stattdessen unfassbar beschämend wie ein schlechter Witz. Räterepublik in München Ich aber war voller Hass und Verbitterung. Im Café Größenwahn München, 16. April 1919 Anna liebte die Atmosphäre im Café Stephanie, das von manchen abfällig Café Größenwahn genannt wurde. Sie erhob sich von ihrem Platz, um einen Freund zu begrüßen, der weiter hinten im lebhaften Gespräch mit einem Gesinnungsgenossen stand. Der Gürtel um die Taille ihres violetten Kleides mit floralem Muster hob ihre weiblichen Formen hervor. Um ihren Hals wandte sich ein kleiner Fuchspelz mitsamt Kopf, ganz entspannt, ein Gegenbild zu der Aufregung ringsherum. Das verrauchte Lokal war über und über mit roten Fahnen dekoriert. Dahinter und dazwischen hingen expressionistische Werke an den Wänden, Zeugen jener außergewöhnlichen Verbindung von künstlerischer Erneuerung und politischem Umsturz. Schon vor dem Kriege hatte das Café dem einen oder anderen die Universität ersetzt, es war ein Knotenpunkt, ein elektrisierendes Kraftzentrum der Avantgarde. Hier und da wurde für noch mehr Frische auch mal eine Prise Kokain weitergereicht und die Diskussionen erhielten allein dadurch eine besondere Würze, dass so mancher sein Gewehr neben sich stehen hatte oder lässig den Revolver am Gürtel hervorblitzen ließ, als sei man im wilden Westen. Soeben hatte man Ludwig den dritten König von Bayern mit einem Tritt in den Allerwertesten verabschiedet. Nun wurde getrunken, gesungen und gelacht. Aufbruchstimmung bei allen, bei Revolutionären und Künstlern aus dem In- und Ausland, Russen, Ungarn, Balkanslaven, all jenen, die der Münchner gerne unter dem Namen Schlawiner subsummiert. Räterepublik ist es zu fassen. Und doch war die Situation bereits wieder am Kippen, die Revolution in Gefahr. Anna schnürte es die Luft ab, wenn sie daran dachte. Sie wollte fest daran glauben, dass ein goldenes Zeitalter anbrach, die neue Ära trug sie in ihrem Herzen wie Sonnenblumenkerne. Die alte Gesellschaft hingegen war ihr ein Graus und sie war durchaus gewillt, etwas zu riskieren, um dem Neuen zum Durchbruch zu verhelfen. Allein das Stimmengewehr wirkte auf sie wie ein Aphrodisiakum. Da, ein hysterisches Lachen, kam es von einem Mann oder einer Frau, sie blickte sich um. Zwei Tische weiter saß Oskar Maria Graf mit Erich Müsam zusammen, einem der Hauptprotagonisten der Räterepublik. Anna trat hinzu und gemeinsam sahen sie sich Fotografien vom Monte Verità an, wo sich seit Beginn des Jahrhunderts Lebensreforme und Künstler niedergelassen und eine Kolonie gegründet hatten. Ein Foto zeigte Hermann Hesse nackt auf einer Felswand stehend und über das Tal blicken. Auf anderen waren Männer und Frauen ohne Bekleidung bei der Gartenarbeit zu sehen, beim Sonnengruß oder beim modernen Ausdruckstanz. Anna ging zurück zu ihrem Platz, um die Zeitung zu lesen, die vor ihr lag. Doch ihre Gedanken ließen sich nicht beendigen. Wann würde dieser Winter endlich ein Ende nehmen? Nach den langen, schrecklichen Kriegsjahren sehnte sie sich nach Sonne und Wärme. Wann würde es richtigen Frieden geben? Und wann endlich würde sie unbeschwert ihre Jugend genießen können? Sie blickte besorgt hinaus in den rieselnden Schnee, der die Stadt in weiße Unschuld kleidete, als wolle er die Vergangenheit für immer unter sich begraben. Der Bräutigam aber schwenkte unverdrossen in die feuerrote fahne und damit sie nicht friere, wohl wissend, welch eisiger Wind von Norden her wehte, der die Hochzeitsgesellschaft durcheinander zu wirbeln und zu trennen drohte, noch bevor sich die Lippen des Paares würden berühren können. Der eisige Wind sollte dann natürlich aus Berlin auch kommen und die Räterepublik würde eben wie ein böser Spuk aus Sicht der Nationalisten hinweggefegt werden, der teilweise ja auch dann finanziert wurde ausseitens der Sowjetunion. Heinrich auf jeden Fall wird dann im Laufe dieser Entwicklung eine neue Funktion bekommen und zwar als Agent für den bayerischen Geheimdienst, für den Militärgeheimdienst, welcher die Aufgabe dann übernommen hatte, Leute heranzuziehen und auszubilden, die dann daran beteiligt waren innerhalb der Truppe, die inzwischen ja auch sehr kommunistisch geprägt war, die Menschen propagandistisch wieder zu renationalisieren sozusagen und bei dieser Gelegenheit hat dann Heinrich, der in diesem kleinen Büro arbeitete, auch Kontakt bekommen zu dem einem der jenigen, die dann ausgebildet wurden, nämlich Adolf Hitler, den er dann sehr früh kennenlernt und mit dem er auch Gespräche führt, also von Anfang an auch dessen Werdegang mitverfolgen kann. Heinrich wird dann im Prinzip regelrecht ein Förderer von Adolf Hitler am Anfang seiner Karriere sozusagen. Verdammt viel Geld Wie läuft es mit den Männern warnte ich mich an Ernst Röhm, während eine neue Runde Bier an den Tisch im Münchner Café Heck gebracht wurde. Dank seiner guten Kontakte zum bayerischen Militär stellte Röhm auf Wunsch Hitlers die ersten Wachen der Partei bereit. Alles bestens, bald können wir den Saalschutz bereits in Hundertschaften Gliedern erwiderte er leicht schnaufend. Was uns aber noch fehlt, sind erfahrene Kommandanten. Wenden sie sich doch an die Marine Brigade Erhardt schlug ich vor. Die wird bald offiziell aufgelöst. Das Freikorps, von Korvettenkapitän Hermann Erhardt aus Angehörigen der ehemaligen Kaiserlichen Marine aufgestellt, war sowohl bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik als auch beim Grenzschutz in Oberschlesien eingesetzt worden. Röhm nickte dankbar. Vor allem mischte sich Hitler ein, brauchen wir gute Leute für das Parteiorgan, damit wir das Volk besser erreichen und unsere Ziele in alle Winkel transportieren können. Wie weit bist du mit dem Aufbau, Dietrich? Dietrich Eckert war Ende August von Hitler zum Chefredakteur des Völkischen Beobachters ernannt worden, dessen Herausgeberlizenz Rudolf von Sebottendorf einst erworben und im Dezember 1920 an die Partei weiterverkauft hatte. Es kostet alles so verdammt viel Geld, stöhnte Eckert. Zum Glück habe ich letztes Jahr diesen Ford-Mitarbeiter kennengelernt. Der lässt uns ja immer mal was zukommen. Hitler nickte. Ja, solche Parteispenden brauchen wir, denn mit den lächerlichen Mitgliederbeiträgen können wir den Laden hier bald wieder dicht machen. Vielleicht müssen wir auch fusionieren, um an Gelder zu kommen, sagte ich. Anton Drexler hat vorgeschlagen, die NSDAP mit der DSP unter einer föderalistischen Leitung mit Sitz in Berlin zu vereinigen. Die von Alfred Brunner gegründete norddeutsche deutsch-sozialistische Partei stand wie die NSDAP in enger Beziehung zum Germanenorden und zur Thule-Gesellschaft. Beide Parteien waren aber unabhängig voneinander entstanden. Die DSP hatte sich bereits über ganz Deutschland ausgebreitet und unterhielt darüber hinaus Verbindungen zu sudetendeutschen und österreichischen Nationalisten. Hitler schüttelte heftig den Kopf. Auf gar keinen Fall. Das mag ja dem einen oder anderen Parteigenossen im Kopf umherschweren, Ich aber sage, dass diese DSP ein disziplinloser Haufen ist, dem es vorherbestimmt ist, unterzugehen. Aufgebracht trank er einen Schluck Wasser. Wenn sich diese Leute uns anschließen wollen, dann können sie das gerne machen. Das Zentrum aber muss hier in München bleiben. Wir haben nicht all die Arbeit hier geleistet, um uns von bürgerlichen Sozialromantikern mit ihren demokratisch föderalistischen Gesülze das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Er geriet immer mehr in Rage. Vermutlich befürchtete er, bei einem Zusammenschluss selbst an Einfluss zu verlieren. Wenn wir in diesen Zeiten irgendetwas erreichen wollen, dann darf es nur eine Partei geben, eine einzige, die mit starker Hand auf ein Ziel hingeführt wird, die Zertrümmerung der jüdisch internationalen Herrschaft über unser Volk. Zusammenschluss mit anderen Parteien der Weg sei, dann werde ich unverzüglich meinen Rücktritt erklären. Hitler stand auf und verließ das Lokal. Was müssen Sie auch solche Sachen sagen? Eckhardt blickte mich kopfschüttelnd an. Sein Kopf war beängstigend rot. Zu viel Bier. Wollen Sie etwa auf Hitler verzichten? Davon kann überhaupt nicht die Rede sein, verteidigte ich mich. Ich habe nur sachlich gefragt, was von Drexlers Idee zu halten ist. Nun, jetzt wissen Sie es. Auch Eckhardt stand auf. Ich jedenfalls werde den Addi immer unterstützen. Er und sonst keiner wird unser zukünftiger Führer sein. Er wird ... Er schwankte, verlor das Gleichgewicht, torkelte zurück und knallte mit Wucht auf einen Tisch, an dem zwei Männer in bayerischer Tracht saßen. Alles mit sich reißend, ging er zu Boden, wo er bewusstlos liegen blieb, bedeckt von einer blau-weißen Tischdecke und zwei Schnitzeln, die wie Lungenflügeln auf seiner Brust lagen. Die Entsendung München, 15. September 1921 Hauptmann Meier winkte mich zu sich. Ich stand auf und ging zu seinem Schreibtisch, wo sich die Akten stapelten. Der ganze Raum der Nachrichten und Propagandaabteilung roch nach heimlich Tuerei. Was gibt's Neues von unseren Freunden bei der NSDAP? Alles läuft wie gewünscht, antwortete ich. Hitler hat sich durchgesetzt und hält die Macht fest in Händen. Wer hätte das gedacht? Hitler, ein kleiner Diktator. Ohne Eckart und Hess wäre er sicher nicht so weit gekommen, sagte ich. Gerade Eckarts Einfluss ist immens und seine Loyalität steht außer Frage. Außerdem hat er üppige Parteispenden akquiriert, die verhalfen ja auch Ende letzten Jahres zum Kauf des völkischen Beobachters. Offenbar verfügt er über gute Verbindungen. Er prallt sogar damit, mit einem Vertrauensmann von Henry Ford in Kontakt zu stehen. Ah, dem Autobauer aus Detroit. Ich nickte. Ein strammer Antisemit. Von ihm stammt das Geld. Dieser Eckart scheint ein fähiger Mann zu sein. Ich werde mal Flugblätter bei ihm bestellen. Und Hess? Zweifelsohne ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Hitler und Haushofer. Doch es läuft alles hinter den Kulissen, antwortete ich. Rudolf Hess spielt nach wie vor den devoten Bewunderer. Wo liegt momentan der Schwerpunkt der Schulung? Noch immer auf der Bedeutung des Lebensraumes für die Völker. Dass die Lebenskraft eines Volkes durch den Krieg erneuert wird, dass nur Expansionskriege natürliches Wachstum ermöglichen und dass man entsprechend für Wehrkrafterziehung Sorge zu tragen habe. Hauptsache wir haben Einfluss auf Hitler. Meire dachte laut nach. Wer weiß, wie weit er es noch bringt. Meire öffnete ein Dossier vor sich auf dem Schreibtisch. Lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen. Haben Sie schon mal etwas von Eugenik gehört? Rassenhygiene? Meire nickte. Die Amerikaner scheinen uns da weit voraus zu sein. Ich wusste auch nicht, dass sie bereits 1907 Kastrations- und Sterilisationsgesetze erlassen haben, ein regelrechtes Rassenaufartungsprogramm einfach fantastisch. Wirklich vorbildlich. Andererseits waren sie auch der einzige moderne Staat, der noch im 19. Jahrhundert Sklaven hielt. Ein Jammer, dass sie das abgeschafft haben, dann hätten sie heute auch nicht solche Probleme mit den Negern. Meire massierte sich kurz den Nacken. Wie dem auch sei, vom 25. bis 27. September findet in New York der zweite internationale Eugenik-Kongress statt. Es soll dabei vor allem um die eugenischen Konsequenzen des Weltkrieges gehen. Und obwohl man auch Rassenhygieniker aus Deutschland, Österreich und Ungarn eingeladen wollte, lehnen besonders die französischen und die belgischen Eugeniker unsere Teilnahme ab. Sie drohen sogar den Kongress bei deutscher Beteiligung zu boykottieren. Und zu allem Überfluss verweigern sich die deutschen Rassehygienern selbst einer internationalen Zusammenarbeit. Sicher, weil man uns die alleinige Schuld am Krieg gibt. Es sieht ja ganz so aus, als würde der Nationalismus dem Rassegedanken schaden, bemerkte ich. Am Ende wird wohl erst die Neuordnung der internationalen Situation durch einen weiteren Krieg die Kooperation wieder möglich machen. Auf jeden Fall hat man sich von Seiten der Bayerischen Armeeführung an uns gewandt. Sie wünschen einen Vertrauensmann nach New York zu entsenden, der gut Englisch spricht und über den Kongress berichten kann. Was halten Sie davon? Haben Sie dabei etwa an mich gedacht? Fragte ich erstaunt. Sie leisten hier seit über zwei Jahren ausgezeichnete Arbeit. Sie haben exzellente Kontakte zur Münchner Szene aufgebaut und sind einer der wichtigsten Verbindungsleute zwischen Armee und Nationalsozialismus. Sie haben es sich einfach verdient. Mit anderen Worten es ist entschieden Sie fahren. Ich lächelte wenn das ein Befehl ist. Für Ihre Unterkunft ist gesorgt. Am Wochenende geht's los. Hier ist Ihr Zugticket nach Hamburg von wo Sie dann die Überfahrt antreten. Und da Sie gerade von Henry Ford gesprochen haben auf dem Kongress werden Sie einen Ernest Liebold kennenlernen. Er verfügt über sehr gute Verbindungen zur Deutschen Botschaft in Washington. Er hat uns bereits während des Weltkrieges gute Dienste geleistet und wird sich etwas um sie kümmern. Er ist Fords rechte Hand. Wie das Leben hier so spielt ist ist es so dass Heinrich und Anna auf verborgene Weise immer wieder in Verbindung treten ohne es zu beabsichtigen. Wie von geistiger Hand geführt treffen sie sich an Orten mit denen sie nie gerechnet hätten dass sie sich dann dort treffen könnten. So kommt es dass nicht nur Heinrich nach New York geschickt wird sondern Anna selbst begibt sich auch nach New York mit ihrem Vater der sie nachdem sie praktisch ein paar Jahre lang so sich hat vom Leben treiben lassen dann vom Vater aufgefordert wird mit ihr nach New York zu kommen. Der Vater ist ein Direktor der BASF und träumt davon dass die deutsche Industrie nach amerikanischem Vorbild praktisch in Konglomeraten zusammengeführt wird im Sinne eines bevorstehenden Monopolkapitalismus und sie spielt das Spiel mit natürlich freut sie sich auf New York und sie erklärt sich bereit dann praktisch mit dem Vater nach New York zu gehen seine Sekretärin zu spielen und nutzt aber dann diesen Aufenthalt für ganz andere Dinge nämlich trifft sie dann einflussreiche Intellektuelle aus der New Yorker Szene und verbringt den einen oder anderen Abend auch in Harlem also im afroamerikanischen Viertel von New York wo gerade just in dieser Zeit eine große kulturelle Blüte stattfindet zu der eben auch der Jazz zählt das Kapitel heißt Wilde Anna saß eingezwängt in der Subway einer Riesenschlange aus Stahl und Glas die sich kreischend durch die Eingeweide der Stadt arbeitete die meisten Passagiere sprachen oder lachten miteinander als wollten sie dem Nerven aufreibenden Quietschen und Rattern des Zuges etwas entgegensetzen Annas knielanges Musselinkleid war so violett wie ihre Augenlider darüber trug sie eine lange Chrysopras Kette den beigen Zobelmantel mit breitem Kragen hatte sie ausgezogen und über den Arm gehängt Anna fühlte sich frei so frei wie auf dem Monte Verità in der U-Bahn herrschte geradezu tropische Hitze Anna überfiel leichte Klaustrophobie gleichzeitig war sie aufgeregt endlich würde sie Haarlem sehen bis auf einen Typ im Nadel Streifenanzug und eine Zeitung vor dem Gesicht der ein paar Sitze hinter ihr kauerte war sie ausschließlich von Afroamerikanern umgeben sie kam sich vor wie auf einem anderen Kontinent wenn sie ausstieg würde sie oben sicher mitten im Dschungel landen vielleicht vor einer pflanzen überwucherten Pyramide davor umherspringende Affen Schlangen die träge von Ästen herunter hingen schwarze Panther die aus dem Dunkel des Dickichts hervor lupen als die Bahn schließlich an der Haltestelle der 135 Straße anhielt war es als öffneten sich die Schleusen eines Unterseebootes ein Strom von Menschen ergoss sich in die Station und wurde durch unterirdische Kanäle an die Oberfläche gespült kurz darauf stand Anna auf der Linox Avenue einem Boulevard mitten in Haarlem der sich nach Norden wie nach Süden hin unendlich weit zu erstrecken schien eine Art Kurfürstendamm der Afroamerikaner die Göttin des Himmels hatte sich bereits ihr mit funkelnden Diamanten besetztes Negligé übergezogen es war Samstag 22 Uhr Anna vernahm rhythmisches Fingerschnippen Es schien überall zu sein sie verspürte spontane lustig zu bewegen zu tanzen ihr Herz aber hämmerte gegen die Brust und ihr Seelenmeer schlug hohe Wellen sie fühlte sich wie neu geboren ein vitaler Strom durchflutete sie das ganze Viertel schien zu singen dunkle Gesichter in allen Schattierungen die Menschen strömten im Wiegeschritt an ihr vorbei Jazz lag in der Luft die Musik breitete sich wie ein vibrierendes Netz über ihr aus in den Gassen auf Eingangstreppen in offenen Türen wippende Hüften lachende Münder und Augen eine Gruppe junger elegant gekleideter Männer in Gamaschen bildete an einer Häuserwand einen Kreis in dem sie abwechselnd steppten kurz darauf ist sie in einer dieser Bars und trifft sich unter anderem mit einem Förderer junger afrikanischer Schriftsteller Karl van Vechten und dem Ehepaar Fitzgerald also auch Zelda Fitzgerald Anna ist von der ganzen Situation unglaublich begeistert und fragt wieso gibt es hier so unglaublich viele Farbige wie viele leben hier mehr als 450.000 antwortete Karl Van Fechten die Welle begann in den 1870er Jahren über New York hereinzubrechen sie kamen fast alle aus dem Süden erst wurden Häuser dann ganze Straßen an sie vermietet heute ist Harlem das Mekka für alle afroamerikanischen glücks 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 ritter was allerdings auch eine explosion in den künsten mit sich brachte eine stimulanz warf scott Fitzgerald ein die wir auch dringend nötig hatten ein symbol kultureller unschuld und regeneration tausende von weißen kommen hierher um den geschmack des echten lebens zu schmecken Der Puritanismus hat die amerikanische Gesellschaft ruiniert doch Harlem ist frei davon eine Stadt in der Stadt Die größte schwarze Stadt auf der ganzen Welt fügte Zelda hinzu Das wäre ein beeindruckendes Schauspiel meinte Zelda wenn eines Tages der letzte weiße Bewohner an der Südspitze in ein Ruderboot stiege einem farbigen die amerikanische Flagge in die Hand drückte und die Insel verließe Dann wird sicher auch bald ein farbiger Präsident der Vereinigten Staaten werden fragte Anna lachend Das meine liebe antwortete van Fechten werden wir wohl in den nächsten tausend Jahren nicht erleben Sehen Sie mal den Kellner wie der Kellner tanzt rief Anna begeistert in die Hände klatschend Wie kann er nur dabei das Tablett balancieren Es ist hier in Harlem so absolut wundervoll dieses Tanzen und Singen diese Freude diese Ausgelassenheit Alle scheinen so glücklich zu sein so spontan so ursprünglich und primitiv wie wilde Anna merkte gar nicht dass sie selbst so positiv es auch gemeint war rassistische Vorstellungen von sich gab Auf dem Eugenikongress auf den zu dem Heinrich von der Bayerischen Armeeführung geschickt wurde trifft er zufällig auch Anna die sich dorthin begeben hat um Margaret Sangers kennenzulernen eine amerikanische Frauenrechtlerin die sich auch praktisch im Rahmen der Parenthood Planned Parenthood vielen Dank für ja für die Geburtenkontrolle praktisch stark gemacht hat und das war damals sicherlich im Kontext und im Rahmen auch der Eugenik dann geschehen und Heinrich trifft Anna dort sie sind natürlich sehr überrascht die alte Liebe flammt wieder auf sie verbringen eine Nacht zusammen und Heinrich muss aber am nächsten Tag wieder zurück zum Kongress und ist dann in einem entsprechenden Zustand praktisch dieses Kapitel nennt sich steigende Flut verkatert schlich ich gegen elf Uhr morgens ins Museum um erst einmal die Toilette zur Toilette abzubiegen von Trott antwortete ich mühsam lächelnd und reichte ihm die Hand Heinrich von Trott schwarzen Haare zeigten bereits erste graue Strähnen Er erinnerte mich an einen pflichtbewussten Buchhalter Der Historiker und Journalist engagierte sich nicht nur für eine restriktive Immigrationspolitik sondern generell für Rassentrennung und Eugenik Kommen sie Gehen wir hinaus sagte Stoddard Wir haben noch etwas Zeit bevor es weiter geht Wir können uns so lange die Ausstellung ansehen Kurz darauf stiegen wir die Treppen aus schwarzem Terrazzo hinauf und betraten einen länglichen Raum von etwa 200 Quadratmetern mit hohen Wänden Hinter Glasvitrinen waren Landschaften und Tiere aus verschiedenen Gegenden zu bewundern Die Wüste Gobi Japan Australien Georgien die Alpen die Afrikanische Steppe und so weiter Die weltweite Zurückdrängung der weißen Rasse ist das grundsätzliche Problem des 20. Jahrhunderts Stoddart zwirbelte seinen Schnurrbart 400 Jahre lang von 1500 bis 1900 expandierte sie stetig Bis vor kurzem waren wir noch die unbestrittenen Herren des Planeten Im Grunde herrschte Hegemonie des weißen Mannes Er bestimmte die Zivilisation Bis zum Russisch Japanischen Krieg 1904 wäre es wohl kaum jemanden in den Sinn gekommen dass die Expansion gestoppt werden könnte Er blieb vor einer Installation Japans stehen Tja unbesiegbar kann uns leider keiner mehr nennen sagte ich Im Jahr 1900 stand der weiße Mann auf dem Gipfel des Ruhmes fuhr er fort seiner Macht seiner Größe Man könnte auch sagen der höchste Punkt der Flut war vorerst erreicht Mit den Kanonen der Japaner begann der Rückschritt und heutzutage drohen uns die farbigen Rassen zu überrollen Entweder retten wir uns ans Ufer oder wir gehen in der Vergessenheit unter Stoddard wechselte zum nächsten Schaukasten Ich 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 Es 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 Zweifelsohne neue Zeiten auf uns zu Das hat man ja bereits seit Ende des letzten Jahrhunderts merken können wo die Malais in allen zivilisierten Ländern um sich griff die Dekadence Hinzu kam der plötzliche Geburtenrückgang bei den Weißen auf beiden Seiten des Atlantiks Zeichen einer sinkenden Vitalität Und sie meinen, dass der russisch-japanische Krieg eine solche große Rolle gespielt hat? Er nickte Bei den farbigen Völkern wurden dadurch große Hoffnungen geweckt Heute scheint die gesamte orientalische Welt von China bis zum Mittelmeer auf dem Sprung zu sein Überall brennt das Feuer eines anti-europäischen Hasses in den Herzen Auch Indien befindet sich in einem Zustand tiefer Unruhe Die Engländer können die Ordnung fast nur noch mit roher Gewalt aufrechterhalten Einflussreiche Kreise suchen nach einem Weg das British Empire zu reformieren zu retten was zu retten ist Doch anstatt die Weiße Rasse dass die Weiße Rasse zusammenrückt im Bewusstsein ihrer Einzigartigkeit ihrer Überlegenheit breitet sich Internationalismus aus ebenso der Nationalimperialismus und beide haben keinerlei Bewusstsein für das Rassenphänomen So kam es zum Weltkrieg sagte ich und massierte mir die Schläfen Kopfschmerzen und Durst machten mir erneut zu schaffen Ja und er ist vergleichbar mit dem Peloponesischen Krieg im 5. Jahrhundert vor Christus der mit dem Sieg der Spartaner endete Wichtigtuerisch schürzte er die Lippen Gleichzeitig endete das klassische Zeitalter Athens und das auf dem Höhepunkt der kulturellen Entwicklung Die gesamte griechischsprachige Welt beging in diesen Jahren kollektiven Selbstmord Das Gefühl zu einer gemeinsamen Rasse zu gehören verlor sich einfach Wer den Krieg überlebt hatte verbeugte sich bald vor den neuen Herren Die Bevölkerung Griechenlands aber vermischte sich derart dass sie genetisch degenerierte Trotz Trotz aller Unterschiede erinnert unser 19. Jahrhundert an das goldene Zeitalter Perikles des führenden Staatsmannes Athens vor dem Peloponesischen Krieg Stoddard schwieg einen Moment und fuhr dann fort Schon vor 1914 gab es überall Anzeichen steigender Unruhe Die Katastrophe kündigte sich an Die Verluste durch den Krieg bei den Nordischen sind unvorstellbar Ausgerechnet die Jüngsten und die Tapfersten also die Fittesten starben Zu jedem toten Soldaten kamen fünf Zivilisten hinzu die an Hunger und Krankheiten durch Massaker oder wegen der stark erhöhten Kindersterblichkeit ihr Leben verloren Der disgenische Effekt war entsetzlich Schließlich handelte es sich letztendlich doch um rassenverwandte Völker Stoddard sah mich plötzlich an runzelte die Stirn und fragte besorgt Geht es ihnen nicht gut Doch doch beruhigte ich ihn obgleich mir gerade heftig schwindelte was mir wohl anzusehen war nur der Magen Dann konnte ich nicht mehr an mich halten schaute ihn kurz entschuldigend an rannte zur Toilette und übergab mich Anna lernt auf ihren Streifzügen durch Haarlem auch eine Bibliothekarin kennen Regina Andrews die in der Bibliothek von Haarlem Ausstellungen mit afrikanischer Kunst organisiert die beiden treffen sich und es kommt zu folgendem Gespräch Projektionen Woher kommt es nur fragte Regina Andrews dass den sogenannten Zivilisierten so viel an der Ursprünglichkeit liegt die sie auf uns Afroamerikaner projizieren ist es nicht eben dieser Drang diese Sehnsucht der auch die Malerei Picassos die Skulpturen Brankusis die Musik Stravinskis erklärt Nun antwortete Anna Auch mir erscheint mein Ich inzwischen von Reizen viel zu überlastet Ich spüre eine Sehnsucht in mir nach etwas Archaischem das vielleicht jahrtausendelang verschüttet war und nun offenbar machtvoll zur Oberfläche strebt und ich muss gestehen dass ich das noch nie so stark empfunden habe wie hier in Haarlem Weil das ganze Showbusiness von dieser Sehnsucht lebt Regina lachte bitter auf Weil die Mehrheit der farbigen Künstler das Spiel mitspielt mitspielt und man dem freundlichen Wilden von Leben an den spontanen ewig gut gelaunten gibt Finanziell sind sie alle von ihren weißen Arbeitgebern und Gästen abhängig und für Sünde Sex und Sensationen sind alle bereit eine Menge Geld auszugeben sie wollen ihre mehr oder weniger animalische Natur ausleben die sie so lange unter Verschluss gehalten hatten Und woher meinen sie kommt das Nun mit der neuen Welt verbannt sich für viele Emigranten die Vision grenzenloser Freiheit Die meisten Ankömmlinge waren in Europa entrechtet gewesen unterdrückt und chancenlos Das junge Amerika stand hingegen für eine bessere Zukunft in der es das freie Individuum zu etwas bringen kann Nach der zurückgelassenen Unfreiheit eröffneten sich der Macht über das eigene Schicksal stellte sich ein Der amerikanische Traum nickte Anna So ist es Regina trank einen Schluck Tee Allerdings ging das nicht ganz ohne Ängste einher Ebenso stark wie die Hoffnungen war die Angst zu versagen Die Angst vor Machtlosigkeit vor mangelnder Zivilisation kurz die Angst vor der Freiheit Sie allegorisiert sich im Spiel von Licht und Schatten von Weiß und wie die frühe amerikanische Literatur des 19. Jahrhunderts offenbart Ja natürlich Anna fiel es wie Schuppen von den Augen Die Weißen haben ihre Ängste auf die farbige Bevölkerung projiziert Generell ihren Schatten Die Angst vor Identitätsverlust Die Angst mit dem anderen zu verschmelzen Hinzu kamen Tabuthemen wie unterdrückte Sexualität Hier gründet der Wunsch nach Primitivismus Anna nickte nachdenklich Ja und so lässt sich letztlich wohl auch der ganze Wahn von der Reinheit des Blutes erklären Projiziert man seinen eigenen Seelenschatten auf eine Gruppe von Menschen so kann man sich davon distanzieren die die Gruppe sogar ghettoisieren segregieren wenn nicht gar ganz auslöschen so sehe ich das auch schwarzes Blut weißes Blut die Reinheit der weißen Rasse die Reinheit der Sexualität weißer Frauen die mögliche Verunreinigung durch afrikanisches Blut hinter dieser ganzen Fetischisierung steckt eine Strategie um die Kategorien Zivilisation Wildheit und Barbarei zu verabsolutieren so wurde die zunächst noch versklavte schwarze Bevölkerung zum Surrogat um die eigene Zerrissenheit oder auch nur Ambivalenz bewältigen zu können auf diese Weise wurden innere Konflikte nach außen übertragen Themen wie Freiheit und Gefangenschaft Vernunft und Triebhaftigkeit Ordnung und Chaos waren damit klar zuortbar ohne die eigene Person zu belasten Ebenso bei Reinheit und Unreinheit Zivilisation und Primitivismus Schwarz und Weiß eben Anna schüttelte fassungslos den Kopf Auch für Präsident Wilson sind wir Amerikaner mit dem Vorrecht ausgestattet die Welt zu retten Für dieses hehre Ziel beansprucht er ganz ähnlich wie die Sklavenhalter das Recht auf Gewalt Anwendung natürlich allein um der Freiheit des guten und schönen Willen Mit solcher Art für sich gepachtetem Idealismus wurden dann die Menschenrechte mit Füßen getreten Wilson sagte er wolle nicht nach Frieden rufen solange es in der Welt die Sünde und das Böse gebe ähnlich dem Sklavenbesitzer der 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 die Bibel hält und in der anderen die Peitsche schwingt Wenn aber der Kampf gegen die eigenen Schatten bisher schon zu solchen Auswüchsen geführt hat so können wir nur beten dass sich das nicht noch steigert bei dem rezenten Rassenwahn Nun ja sagte Anna vielleicht muss man ja nicht alles ausschließlich negativ sehen wenn die Kultur der Afroamerikaner eine solche Faszination auf uns ausübt der Jazz die neuen Tänze die afrikanische Kunst wenn uns all das so sehr anzieht sind wir da nicht drauf und dran uns mit unserem Schatten zu verbinden So könnte man das wohl sehen zumindest mit gewissen Elementen aus dem Unterbewusstsein doch betrifft dies ja nur eine verschwindend kleine Menge von Menschen die meisten sehen nach wie vor in uns Schwarzen das Böse verkörpert Anna spürte die große Schwere von Reginas Worten wo war sie plötzlich hin die ganze spontane Freude der Überschwang die Ausgelassenheit in dem Moment öffnete der Himmel seine Schleusen und Wassermassen fluteten herab als wollten sie die Stadt für immer unter sich begraben Anna trifft auf dem Entschuldigung Heinrich trifft auf dem Eugenik Kongress Ernest Liebold der für Henry Ford arbeitete einen deutschstämmigen Amerikaner der ihn dann auffordert mit ihm nach Detroit zu kommen wo er Henry Ford eben trifft Der Wert des Geldes Der einzige Wert des Geldes besteht doch darin dass sie damit etwas kaufen oder eben produzieren können Henry Ford wies mit der Hand auf seine Produktionsanlagen Wenn ich allein schon höre dass sogenannte Financiers davon sprechen ihr Geld sei 5 oder 6% wert dann sträuben sich mir die Nackenhaare Wie kann Geld Der Lärm um uns herum wurde so laut dass ich kaum noch etwas hörte Ford hob die Stimme Wie kann Geld per se irgendetwas wert sein Aus sich selbst kann es doch überhaupt nichts vollbringen Aber diese Wall Street Juden bringen eben alles durcheinander Sie verwirren die Menschen um immer mehr und mehr zu horten nutzloses Kapital von schlechten Menschen angehäuft Wie kann es einen nur glücklich machen wenn man sein Geld allein dadurch vermehrt dass man es verleiht und Zinsen darauf nimmt Nehmen sie denn keine Kredite auf? fragte ich Henry Ford lächelte Nun für uns Industrielle sollte es auf der Hand liegen dass das Geld immer vom Geschäft selbst kommen muss Ich bin strikt dagegen dass Kredite anständige Arbeit ersetzen Sowieso ist das völlig ausgeschlossen Sie können sich 100.000 Dollar bei der Bank leihen Wenn ihr Geschäft ein strukturelles Problem hat so wird der Kredit das nicht beheben können Denn ein Geschäft oder auch ein Land das in Misswirtschaft geraten ist wird mit dem Geld weiterhin nicht haushalten können Beheben sie aber das Übel werden sie auch wieder Profite machen Wenn man so will ist ein Kredit wie ein Drink den sich jemand gönnt um den schlechten Effekt des vorherigen Drinks aufzuheben So viel ich weiß versuchen sie ihre Preise kontinuierlich zu senken sagte ich Haben sie denn nicht die Befürchtung dass ihnen das Geld ausgehen könnte? Auf keinen Fall Früher meinte man dass die Preise so hoch wie nur irgend möglich sein müssen Aber es verhält sich ja genau umgekehrt Denn es ist wesentlich sinnvoller eine große Menge an Produkten zu einem geringen Preis zu verkaufen als nur ein paar zu einem hohen Das ist der wahre Servicegedanke Er allein ermöglicht größere Profite Darüber hinaus sorgt es für sehr viel mehr Arbeitsplätze und für höhere Löhne Die meisten können einfach nicht begreifen wie man freiwillig seine Preise senken kann Das ist auch der Grund warum es zum Desaster führt wenn man Banker oder Anwälte ins Management lässt Und die Aktienbesitzer fragte ich Die sind ebenso schädlich wenn sie nicht selbst für die Firma arbeiten Sie sitzen einfach wie die Made im Speck und scheren sich nicht um die längerfristige Zukunft des Unternehmens die Arbeiter und ihre Familien Deshalb kann ich immer wieder nur sagen dass die Führung einer Firma mit großer Verantwortung einhergeht Jeder Betrieb sollte in allererster Linie den Menschen einen Dienst erweisen Service Die schlimmsten Widersacher dieser Idee aber sind die Banker zumal sie oft sehr viel Macht haben Und die wirklich Mächtigen jene, die im Hintergrund die Strippen ziehen sind meistens Juden Und die denken nur ans Geld nicht daran irgendetwas zu produzieren Wenn diese in ihrer Raffgier mehr vom System profitieren als die Gesellschaft als Ganzes Wenn sie ihren persönlichen Profit als wichtiger erachten als die Ehre einen Beitrag zum Wohle der Menschheit zu leisten und ein besseres, gerechteres System mit aufzubauen dann entsteht unweigerlich ein massiver Interessenkonflikt Sie meinen, dass die Banken die Industrie weitgehend beherrschen nicht wahr? Selbstverständlich Die finanzielle Kontrolle unseres Landes und auch des ihren hervon trott Und sowieso das der meisten Länder liegt in den Händen der Zentralbanken oder eines privaten Bankenkartells Überall auf der Welt befindet sich das Kreditsystem in privaten oder semi-privaten Händen Das aber ist ein völlig unnatürlicher Zustand Natürlich brauchen wir Banken Natürlich brauchen wir Geld und auch Bankiers Aber sie müssen Diener der Industrie der Produktion sein nicht ihre Herren Allein damit wäre der natürliche Übergang vom Finanz- zum Industriekapitalismus zu schaffen wo Business das Geld kontrolliert und nicht umgekehrt Dazu muss das heutige ruinöse System stark modifiziert werden damit das Bankensystem wieder im Dienst der Menschheit stehen kann Entschuldigen Sie Mr. Ford Was aber hat es mit den Zentralbanken auf sich? Man hört dass sie möglichst unabhängig sein sollten aber gehören sie denn nicht zum Staat? Das mein Freund ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit Eine unabhängige Untersuchung der Kriegsursachen hat ergeben dass eine Gruppe von Männern mit großer Machtfülle die Nationen dieser Welt mit perfiden manipulativen Methoden in eine solche Panik versetzt hatte dass sie voller Misstrauen übereinander hergefallen sind dieselben Methoden haben gewisse Leute aus dem Bankiersmilieu angewendet um wie in einem Staatsstreich den kaum einer mitbekommen hat die Kontrolle über die nationale Kreditvergabe zu erhalten sie nannten es das Federal Reserve System schon einige Zeit zuvor als Heinrich mit dem Kreuzer in die USA übersetzte lernte er H.G. Wells dort kennen einen Schriftsteller der uns offen normalerweise bekannt ist für seine Bücher wie die Zeitmaschine H.G. Wells scheint aber jemand zu sein der eine viel größere Rolle gespielt hat und auch viele Gedanken hatte die normalerweise weniger bekannt sind er lädt Heinrich auch dann ein in den Council on Foreign Relations wo es dann zum folgenden Gespräch kommt und H.G. Wells einen kleinen Vortrag hält das Kapitel nennt sich eine offene Verschwörung Der Versailles Vertrag ist wahrlich eine Schande sagte H.G. Wells und wir müssen so schnell wie möglich für eine Revision sorgen auf dem Weg zum Weltstaat wird die transatlantische Staatengemeinschaft hier sicherlich vorangehen müssen niemand wird bestreiten dass auch Deutschland eine wichtige Rolle gebührt es sollte in absehbarer Zeit maßgeblich daran beteiligt werden den europäischen Kontinent zu vereinen sagen wir mal als Juniorpartner gemeinsam haben wir es dann in der Hand den Frieden in der Welt zu sichern Armeen und die Rüstungsindustrie sind die Krebsgeschwüre eines ganz und gar bösartigen Patriotismus also müssen wir uns zusammenschließen um der militärischen Gewalt zu trotzen gleichsam in einer offenen Verschwörung Wells brach kurz ab und schmunzelte in sich hinein dann fuhr er fort ja genau wir müssen die Armeen die sich uns in den Weg stellen gemeinsam bekämpfen und vernichten offene Verschwörung Lord Hellbroke zog den Begriff in die Länge was soll das sein eine Verschwörung die sich nach und nach für andere öffnet oder die ihre Pläne offenlegt wäre das denn Ratsam Ich glaube jedenfalls an eine friedliche Weltgemeinschaft antwortete Wells Der Geist der Menschheit beginnt zu erwachen mit ihm eine neue Religion die zur Befreiung der schöpferischen Kräfte führt Wann es soweit kommen wird vermag ich nicht zu sagen aber die neue Ordnung kommt mit Naturnotwendigkeit Lord Hellbroke nickte ihm versöhnlich zu Alle momentanen Regierungen vor Wells fort sind nur Provisorien deren wichtigste politische Strategie darin besteht andere Länder zu schwächen sie sich einzuverleiben oder zu beseitigen Gemeinsam werden wir unter Zuhilfenahme von Polizei und Militärgewalt für freien Verkehr Aufhebung der Grenzen für Redefreiheit und Aufrechterhaltung des Friedens in Gebieten kämpfen müssen wo Unterdrückung herrscht schöpferische Ideen haben einfach die Pflicht aggressiv zu werden und wie wollen sie diesen Weltstaat regieren fragte Walter Lippmann ein einflussreicher Journalist dass er keine Demokratie sein kann liegt auf der Hand antwortete Wells ein Parlament der ganzen Menschheit ist undenkbar vielmehr haben wir den vernünftigen Wunsch dass die Staatsgeschäfte durch entsprechend gerüstete kluge und der Sache ergebende Männer geführt werden also eine Art Weltdirektoriums fragte Lippmann und die Wirtschaft so wie wir den Kampf ums Dasein abschaffen wollen so werden wir es auch mit der sogenannten freien Konkurrenz tun wir benötigen dabei bleiben nicht so und der Ozean die Luft oder auch seltene Tiere müssen Kollektivbesitz sein sie könnten sonst nicht als gesichert gelten aber mit Eigentumsrechten die von einer konkreten Körperschaft ausgeübt werden. Die Rohstoffe der Erde sollten allen gehören und dürfen nicht von einem raffgierigen Individuum oder einem raffgierigen Staat monopolisiert werden. Und Privateigentum, fragte Frank Wanderlip, ist als Übergangsstadium nicht zu verwerfen, auch wenn nichts sonst zu seinen Gunsten spricht. Letztendlich aber sollte es durch die höhere organisierte Form des Kollektiveigentums ersetzt werden. Zudem wird das Geldsystem durch eine zentrale Instanz gesichert und die Kreditwirtschaft einer sozialisierten Weltbank unterstellt. Diesbezüglich sind wir uns einig, lächelte Lord Halbroke. Marxismus und Kommunismus, Fuhrwells fort, sind Abwege vom Pfad des menschlichen Fortschritts. Der wesentliche Irrtum besteht in der naiven Annahme, dass man die Benachteiligten zu mehr als Manifestationen ihrer Unzufriedenheit bringen könne. Wenn wir nun den Irrtum aufheben, verlieren wir zwar den trügerischen Glauben an einen mit Zauberkräften ausgestatteten Riesen, das Proletariat, aber wir bereiten dafür den Weg hin zu einer realistischeren Gemeinschaft, dem Weltstaat. Noch beim Council on Foreign Relations. Ein Gespräch wird dann geführt, unter wenigen. Dieses heißt ein wundervoller Plan. Könnten die USA denn nicht ihre Position als Geldgeber nutzen, um Frankreich zum Nachgeben zu bewegen, fragte Stieglitz? Wenn sie den Franzosen Erleichterungen in der Rückzahlung ihrer Anleihen gewähren würden, so dürften sie doch als Gegenleistung eine gemäßigtere Politik gegenüber Deutschland verlangen. Nun antwortete Lord Halbroke, wir müssen auch die öffentliche Meinung in den USA berücksichtigen. Wenige Jahre nach dem Krieg würde ein direktes Vorgehen gegen die ehemaligen Verbündeten auf keine allzu großen Sympathien stoßen. Und der Franc ist momentan auch recht stabil, bemerkte Montago Norman. Zu gegebener Stunde aber könnte die Verschuldung der Franzosen durchaus dafür benutzt werden, ihren Einfluss zurückzudrängen, meinte Benjamin Strong. Und da ist ja auch noch das Problem der Arbeiterbewegung, gab Lord Halbroke zu bedenken. Stieglitz zuckte mit den Schultern. Tja, die sozialen Zugeständnisse der letzten Jahre werden trotzdem wieder abgebaut werden müssen. Beispielsweise der Acht-Stunden-Tag, meinte Max Warburg. Stieglitz nickte. Ja, wir müssen alles beseitigen, was der Erzielung maximaler Profite im Wege steht. In der Tat. Dorst rückte seine Brille zurecht. Wenn wir wirklich in Deutschland investieren sollen, wird man weit mehr als bisher das Ziel des Wirtschaftswachstums voranstellen müssen. Lord Halbroke lächelte. Offensichtlich herrscht Übereinstimmung, was die Voraussetzungen für eine Anleihe angeht. Die der Erneuerung und Erweiterung des deutschen Produktionsapparates dient. In diesem Sinne hoffe ich, meinte Stieglitz, dass man sich bald dazu entschließen wird. Der Sieg der Revolution in Russland hat beim deutschen Proletariat große Hoffnungen geweckt und auch international die Arbeiterbewegung mächtig anwachsen lassen. Das ist uns natürlich bewusst, sagte Charles Dorrs. Ein Umsturz ist eine reale Gefahr. Denn unsere KPD hat sich, von Moskau tatkräftig unterstützt, die Revolution auf die Fahnen geschrieben. Wir sind uns ja völlig darüber einig, sagte Halbroke, dass es nicht nur darum geht, den Zehn-Stunden-Tag wieder einzuführen. Selbstverständlich muss Deutschland generell zu einem Bollwerk gegen die Sowjetunion umstrukturiert werden. Nichts wäre schlimmer als ein Umsturz, der zum Bündnis mit Sowjetrussland führen könne. Eine unvorstellbare Gefahr für den Weltfrieden. Du liebe Güte, dachte ich, spekulierten die Amerikaner etwa darauf, dass die Deutschen die Sowjetunion angreifen würden? Betrachteten sie das am Ende als Voraussetzung für ihre Anleihe? Das würde ja in absehbarer Zeit wieder Krieg bedeuten. Wir wissen, sagte Stieglitz, was das amerikanische Finanzkapital von uns erwartet. Nur mit Hilfe einer Diktatur kann die revolutionäre Bewegung in Deutschland gestoppt werden. Auch im restlichen Europa fügte Lord Halbroke an. Sollten wir vielleicht alles noch mehr auf die Spitze treiben? Eine konsequent durchgeführte Katastrophenpolitik könnte in der Tat alle notwendigen Voraussetzungen schaffen, bestätigte Max Warburg. Leider stehen uns dabei Leute wie Walter Rathenau im Wege. Stieglitz schüttelte leicht den Kopf. In der naiven Hoffnung auf eine Revision der Versailler Vertragsbedingungen fahren sie unbeirrt damit fort, die Reparationsverpflichtungen zu erfüllen. Damit unterwerfen sie sich immer weiter der französischen Vorherrschaft. Ich denke auch, dass ein provokatives Vorgehen der richtige Weg wäre. Halbroke schaute mich an. Kann man denn nichts gegen diesen Rathenau unternehmen? Nun, ich weiß, dass ihn gewisse Kreise in Deutschland bereits ins Visier genommen haben, antwortete ich. Gewisse Kreise? Die Organisation Konsul, erklärte ich. Ehemalige Freikorpssoldaten in straffer militärischer Ausrichtung unter der Führung Hermann Erhards. Und die deutschen Behörden wissen davon? Offiziell nicht. Unter der Hand aber wird es durchaus akzeptiert, ja sogar gefördert. Die OC kann jederzeit zur Unterstützung der Regierung gegen einen Aufstand von links eingesetzt werden. Es ist mir auch bekannt, dass sie selbst in einen möglichen Putsch von rechts verwickelt ist. Allerdings wollen sie erst dann eingreifen und eine andere Verfassung ausrufen, wenn die erwartete Revolution von links kommt. Nur dann ist auch mit einem Beistand der Reichswehr zu hoffen. Politische Morde, wie kürzlich an Matthias Erzberger, dienen also vor allem der Agitation. Sie sollen einen Linksputsch provozieren. Dann wollen wir auf gutes Gelingen hoffen, sagte Lord Halbroke, in die Runde blickend. Und was machen wir nun mit den Franzosen? Vielleicht könnte man sie dazu bringen, das Ruhrgebiet zu besetzen, sagte Dorst zu Stieglitz. Auf diese Weise müssten sie viel mehr investieren, als aus dem Ruhrgebiet herauszuholen ist, sodass die Franzosen ausbluten und uns um eine weitere Anleihe bitten müssten. Dann hätten wir sie endgültig in der Hand und könnten ihnen unsere Bedingungen diktieren. Stieglitz nickte, Frankreich würde das linksrheinische Gebiet allzu gerne von Deutschland abtrennen, um es unter seine militärische Obhut zu stellen. Dann wären wir als Konkurrenz endgültig ausgeschaltet und sie könnten den Wettbewerb gegen England aufnehmen. Wenn sie also die Wahl haben zwischen der Erfüllung der Reparationszahlungen einerseits und der Annexion des Rheinlandes und des Ruhrgebietes andererseits, werden sie sich definitiv für Letzteres entscheiden. Dann käme ihnen ja eine Weigerung Deutschlands zu zahlen entgegen, bemerkte Charles Dorst. Ich war fassungslos. Hier wurde mit der Einheit Deutschlands gespielt. Hoffentlich würde sich die Idee nicht durchsetzen. Ich nahm mir vor, die OC im Rahmen meiner Möglichkeiten tatkräftig zu unterstützen, damit der von Erhard geplante Putsch diesem Verrat im Vaterland zuvorkommen konnte. Katastrophenpolitik ist genau unsere Strategie, erklärte Stieglitz. Wir warten nur auf den richtigen Augenblick. Dann werden wir den Franzosen einen Vorwand zur Besetzung des Ruhrgebietes liefern. Eine vorsätzliche Nichterfüllung der Kohle-Lieferungsverpflichtungen gibt nach den Bestimmungen des Versailles-Vertrages den Alliierten das Recht, Konsequenzen zu ziehen, überlegte Dorst. Wenn die Franzosen erst einmal im Ruhrgebiet einmarschiert sind, werden sie sich früher oder später übernehmen. Vorausgesetzt, dass sich die USA aus Rheinland und Ruhrgebiet zurückziehen, sagte Stieglitz. Dann werden allerdings massive Unruhen unter der Bevölkerung, ja wahrscheinlich sogar Hungersnöte unvermeidlich sein, bemerkte ich leise. Aber das wäre das Wagnis doch wert, posaunte Lord Hellbrook. Zudem bietet es eine wunderbare Gelegenheit, für Ruhe zu sorgen und die Arbeiterbewegung auseinanderzunehmen. Man könnte also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, der Schwerindustrie in Deutschland zur Vormacht, ja zur Regierung verhelfen, die wiederum konsequent einen antisowjetischen Kurs steuert. Ein geradezu wundervoller Plan. Die Pläne der Anglo-Amerikaner erfährt Anna von Heinrich und sie denkt nun darüber nach, was sie tun könnte, um irgendwie dem entgegenzusteuern. Dieses Kapitel nennt sich Clara Zetkin. Anna saß im Sessel und sann über Heinrichs Worte nach. Sie hatten offenbar völlig gegensätzliche Auffassungen. Wo stand er eigentlich? Nun gut, er war Soldat, dachte in anderen Kategorien als sie und lehnte den Krieg als Option nicht ab. Würde es erneut dazu kommen? Aber wie wollten sie mit 100.000 Mann die Franzosen schlagen? Mehr stand den Deutschen nach dem Versailler-Vertrag ja nicht zu. Oder wurde das Heer im Geheimen verstärkt? Würde es zum Kampf im Inneren des Reiches kommen? Wenn die Kommunisten sich ausreichend provozieren ließen, drohte in der Tat ein Bürgerkrieg. Sollte das als Vehikel dienen, um anschließend ein Militärregime installieren zu können? Das restliche Ausland würde vermutlich stillhalten, Frankreich aber auf den Reparationszahlungen bestehen. Entsetzt hielt Anna den Atem an, als ihr zu Bewusstsein kam, was da auf sie zukommen mochte. Eine Diktatur der Völkischen, welche einen Krieg gegen Frankreich planten und mithilfe der USA einen Überfall der Sowjetunion anvisierten, um die bolschewistische Revolution zu stoppen? Wie eine Fackel fiel der Gedanke in den tiefen Brunnen ihrer inneren Finsternis. Es war ihr alles noch viel schlimmer, als sie gedacht hatte. Aber was konnte man tun, ganz allein? Sie überlegte lange, mit wem sie in Kontakt treten könnte. Wen könnte sie warnen? Den Sozialdemokraten traute sie nicht über den Weg. Die hatten sich allzu sehr mit den Imperialistischen arrangiert. Es müsste eher jemand aus dem kommunistischen Lager sein. Doch wen kannte Anna noch aus den Münchner Tagen? Teils waren die Gefährten ermordet worden, teils untergetaucht oder sie lebten in der bayerischen Hauptstadt. Schließlich kam ihr eine Idee. Clara Zetking. Sie hatte die KPD-Reichstagsabgeordnete kürzlich bei einem Treffen der Sozialistischen Frauenbewegung kennengelernt, als sie sich mal aufgerafft hatte, ihre Berliner Palmenoase zu verlassen. Anna wusste, dass sie am ehesten in Prenzlauer Berg antreffen konnte. So fuhr sie in einem Taxi dorthin und öffnete die Tür eines völlig überfüllten Cafés. Stimmengewehr schlug ihr entgegen, dazu klirrende Teller und Tassen, lachende Münder, aufsteigende Zigarettenquallen. Mit Bernie an der Leine trat Anna ein und war geblendet von dem wogenden Leben, nachdem sie eine halbe Ewigkeit in den Katakomben ihrer von Alkohol geschwängerten Depressionen gehockt hatte. Da entdeckte sie Clara Zetking, die wie ein Fels in der Brandung an einem runden Tisch saß. Sie winkte und ging zu ihr hinüber, woraufhin ihr die Politikerin einen Platz anbot. Sie konnte sich sogar an sie erinnern. Anna fand es bezaubernd, wie sie einzelne Haarsträhnen vor den Ohren trug, was sehr individuell wirkte. Clara Zetking war bereits 65 Jahre alt, schien jedoch in ihrem Tatendrang ungebrochen. Sie hatte eine breite, massive Stirn, ein kräftiges Kinn und dünne Lippen, die wohl mehr diskutiert als geküsst hatten. Anna zog ihren Beigenmantel aus, legte ihn über einen der Stühle und bestellte einen Kaffee. Dann setzte sie sich und sagte, sie müssen wissen, dass ich nicht zufällig hier bin. Eine Kellnerin brachte eine Tasse Kaffee. Anna nahm einen Schluck und begann, ich bin ihres Willen hier, ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass die USA Deutschland gegenüber freundlich gesonnen sind und sogar bereit, uns Kredite zu gewähren. Doch wollen sie uns damit zu einem Krieg mit der Sowjetunion nötigen? Clara lächelte müde. Herzchen, das ist nichts Neues. Die beiden Länder streben seit Jahren aufeinander zu. Denn das Deutsche Reich wusste schon vor dem Krieg, dass es die Amerikaner zur Durchführung seiner Weltmachtpläne benötigt. Aber die sind doch gegen uns in den Krieg gezogen. Ich sehe darin keinen Widerspruch, entgegnete Clara. Mit dem Kriegseintritt haben sie keine andere Absicht verfolgt, als den Krieg zu verlängern und das Rüstungsgeschäft zu sichern. Ich weiß, dass an jedem Dollar Blutspuren kleben, sagte Anna. Die USA haben der Entente große Anleihen gewährt. Ein Sieg Deutschlands hätte ihre Kapitalanlagen stark gefährdet. Genauso wie die Revolution in Russland. Weil die Sowjetunion das größte Hindernis für ihre Weltherrschaftspläne ist. Die Kapitalisten fürchten sich vor der großen revolutionären Welle. Und es wird zusehends gemeinsames Interesse aller, diese Welle aufzuhalten, ganz besonders in Deutschland. Die heutigen Differenzen zwischen amerikanischen, englischen und französischen Imperialisten drehen sich vor allem um die Frage, inwieweit eine Stärkung des deutschen Militärs geduldet werden kann. Und die USA wollen Deutschland unterstützen, damit es Partner, damit es zum Söldner im Krieg gegen die Sowjetunion wird. Und Deutschland seinerseits versucht im Zwist zwischen den USA und Sowjetrussland wieder aufzusteigen. Es wird dann im Laufe dieser weiteren Entwicklung dargestellt, wie ein groß angelegter Putsch nicht nur in München geplant wurde, sondern auch in Norddeutschland, von dem dann der Putsch in München, der spätere sogenannte Hitler-Ludendorff-Putsch, eigentlich nur ein Aspekt werden sollte. Und der Putsch in Norddeutschland wird eben in keiner Weise stattfinden und ist auch heute dann relativ unbekannt, denke ich. Nachdem auf jeden Fall der Putschversuch in Norddeutschland misslungen ist, kommt es zur folgenden Szene. Der Putsch kommt ins Rollen. München, 8. November 1923 Würde es morgen wirklich losgehen? Seit einigen Tagen hatte ich keinen Kontakt zum Führungskreis der NSDAP. Mir fehlten aktuelle Informationen. Während ich am Nachmittag mit Schal und Wintermantel, es war außergewöhnlich kalt geworden, durch die Straßen lief, zeigte sich die Sonne nicht ein einziges Mal, sondern verbarg sich hinter schweren, grauen Wolken. Da erblickte ich plötzlich Gottfried Feder. Offenbar verärgert verließ er gerade ein Bankgebäude. Dabei konnte der wohlhabende Bauunternehmer, Gründungsmitglied der NSDAP, davon ausgehen, nach dem Putsch zum Finanzminister ernannt zu werden. Unter der Nase hatte er sich jedenfalls schon mal ein sogenanntes Hitlerbärtchen stehen lassen, sehr en vogue zur Zeit. Kein guter Tag für Geschäfte, sprach ich ihn an. Er lüftete kurz seinen Hut und antwortete gereizt, meine Wertpapiere sind noch immer nicht da. Ich soll am Montag wiederkommen, am Montag. Der Putsch? Na klar, also sie sind doch sonst immer so gut informiert, sagte er, während wir nebeneinander herliefen. Vorgestern hat K. mitgeteilt, dass er sich zwar für die Errichtung einer nationalen, vom Reichstag unabhängigen Regierung in Berlin einsetzen würde, er bestand aber darauf, selbst das Signal zum Handeln zu geben. Bis es soweit ist, würden er, selbst, Lossoff und Seisser jeden Putschversuch niederschlagen. Was ist so neu daran? Das Ganze war doch vor allem eine Zurechtweisung. Anscheinend will das Triumvirat General Ludendorff von Hitler aus dem Direktorat ausschließen. Das ist Verrat. Wir machen die ganze Drecksarbeit und die setzen sich wie die Maden ins Fleisch. Das wird sich rächen. Wie denn, hakte ich nach, einen Haufen Hundekont umkurvend. Gestern Vormittag hat eine Besprechung der Kampfbundführer stattgefunden. Hitler war dort, Ludendorff, Göring, Schäubner Richter und einige andere. Sie haben beschlossen, noch heute loszuschlagen. Während aller dieser Geschehnisse findet tatsächlich auch ein kommunistischer Aufstand statt. In Hamburg, der dann schnell im Keim erstickt wird, weil die Kommunisten im Rest Deutschlands nicht teilgenommen haben. Bei diesem Kommunisten-Aufstand nimmt auch Anna teil. Dort ist dann die Hauptführungsfigur, der Ernst Tellmann. Und dann muss Anna aus Deutschland fliehen, begibt sich wieder nach Ascona, wo sie dort praktisch auf ihren alten Spuren weilt und dort dann jemanden trifft. Als Anna noch vor Sonnenuntergang am Monte Verita ankam, lief sie fix hinauf zum Walkürenfelsen. Auf der Bank saß tatsächlich der Landstreicher. Er war recht groß und trug unter seinem Strohhut einen langen, ungepflegten Bart. Neben ihm lehnte ein Wanderstock und auf dem Boden stand eine Rotweinflasche ohne Etikett. Scheinbar ohne jede Regung blickte er ins Tal hinab zu den Fischerdörfern. Es wurde bereits kühl, der Himmel war verschleiert. Verzeihen Sie, wenn ich Sie so einfach anspreche, wenn ich Sie so einfach anspreche, aber der Mann zog heftig zusammen und blickte erschrocken zu ihr hoch. Vermutlich hatte er lange keinen menschlichen Kontakt mehr gehabt, zumindest wirkte er so vereinsamt wie verwahrlost. Bitte haben Sie doch keine Angst. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Er blinzelte sie aus hellblauen, scheuen Augen an, lächelte jetzt aber ein wenig und machte Platz. Ich bin Anna von Stieglitz. Er schaute sie groß an. Sie griff in ihre Tasche und holte eine Flasche toskanischen Wein hervor, den sie auf der Fahrt in einer Gaststätte besorgt hatte. Haben Sie einen Öffner? Er nahm die Flasche entgegen und stellte sie neben die andere auf den Boden. Dann sind Sie wohl nicht zufällig hier. Nein, Dr. Schmidt hat mir erzählt, dass Sie und mein Vater gemeinsam mit Paul de Lanois sein Internat besucht haben. Löwenstein lachte heise. Ich nehme an, Hermann und Paul haben inzwischen eine großartige Karriere bei den Kapitalisten gemacht. Ja, das stimmt. Es geht Ihnen gut. Sie haben es beide weit gebracht. So? Nun ja, mag sein, Löwenstein nahm einen Schluck aus der Weinflasche. Wie konnte sie ihn nur aus dieser entsetzlichen Lethargie reißen? Vielleicht sollte sie ihn etwas provozieren. Es heißt aber, Paul de Lanois war an der Finanzierung der russischen Revolution beteiligt. Er behauptet, die Engländer wären letztendlich für den bolschewistischen Umsturz verantwortlich. Unglaublich, oder? Jetzt richtete er sich auf und sagte unerwartet klar, Nein, wieso? Das ist doch ganz logisch. Inwiefern? Nun, nach den napoleonischen Kriegen verblieb schließlich England als einzige Weltmacht. Verständlicherweise hatte man kein Interesse daran, dass ein Staat ähnlich mächtig wurde. Also stellte Großbritannien die sogenannte Balance of Power als moralische Notwendigkeit hin. Doch war das nichts anderes als ein Mittel zum Machterhalt. Gegenüber dem Bündnis zwischen Preußen, Russland und Österreich? Einer, die sich immer schon für Geschichte interessiert hatte, wusste nicht recht, was er im Sinne hatte. Ja, ein Gegengewicht zu Frankreich, antwortete er. Solange die Heilige Allianz das Gleichgewicht nicht stört, hielt England sich vornehmend zurück. Russland allerdings wurde mit großem Misstrauen beobachtet, nicht zuletzt wegen seiner Expansionsbestrebungen in Richtung Indien. Diese Angst schlug in regelrechter Hysterie um, als durch die Eisenbahn die kontinentalen Verkehrswege drastisch verkürzt wurden. Wo ist das Problem? Anna freute sich, dass ihr Gesprächspartner so versiert war. Was ja doch etwas erstaunte bei seinem Lebenswandel. Man kann sich davon einen Eindruck machen bei dem Geopolitiker Helford McInderm. Er befürchtete, dass Russland das Herzland damit einnehmen könnte. Herzland? Was bitte soll das denn sein? Im Prinzip ein im Zentrum Eurasiens gelegenes Gebiet. Dreimal so groß wie Nordamerika und bestens versorgt mit Arbeitskräften und Rohstoffen, mit Weizen, Baumwoll, Treibstoff und Metallproduktion. Fast jede Seemacht aber, für jede Seemacht aber eine uneinnehmbare Festung. Unvermeidlich eine riesige, mehr oder weniger eigenständige Wirtschaftswelt. Für McInda war das Herzland der geografische Dreh- und Angelpunkt der Geschichte und der natürliche Sitz der Macht. Wie viele seiner Landsleute aber meinte er, dass dem British Empire die Weltherrschaft gebühren. Und er warnte davor, dass Russland ihm das Zepter aus der Hand nehmen könnte. Denn ein flächendeckendes Schienennetz könnte ja letztendlich einen Prioritätenwechsel nach sich ziehen. Die Herren über die Seemacht, also die Engländer, würden damit von denen überflügelt, welche über die größte Landmacht verfügen. Ich verstehe immer noch nicht diese Idee des Herzlandes. Er nahm seinen Wanderstock, begann in den Sand vor sich zu zeichnen und erläuterte, Umgeben ist das Herzland von einer sichelförmigen Küstenregion, vom sogenannten inneren Halbmond, also von Skandinavien, sowie der westeuropäischen Staatenwelt, mitsamt Deutschland, dem Mittelmeer der Türkei, Nordafrika, der arabischen Halbinsel, vorder bis hinter Indien, über China und Korea bis hin zur Beringstraße. Hinzu kommt der äußere Halbmond, welche wiederum den inneren Halbmond umgibt. Hierzu zählen Großbritannien, Kanada, die USA, Südafrika, Australien und Japan. Ein Ring außen vorgelagerter inselartiger Stellungen der See- und Handelsmächte. Er machte eine kurze Pause. Nun erwies sich aber zunächst gar nicht Russland als größte Gefahr für das British Empire, sondern vielmehr Deutschland, vor allem als Wilhelm II. die kaiserliche Marine zu vergrößern trachtete. Eine Konfrontation schien unausweichlich, um zu verhindern, dass es zu einer Wachablösung kommen könnte und ihre weltumspannende Macht, wie einst vom Spanischen an das Englische Weltreich, nun an das Deutsche Reich übergehen könnte. Ein Horrorszenario für die britischen Herrenmenschen, dass der deutsche Kaiser dabei seinen Maul so weit aufriss, macht die Sache nicht leichter. Anna verstand. Und wenn Deutschland sich mit Russland verbünden würde, er nickte. Damit drohte die Eurasische Vereinigung, gestürzt auf eine riesige slawische Armee und die technologische Meisterschaft aus Deutschland. Merkinder sagte, wer das Herzland regiert, beherrscht Eurasien, wer dieses jedoch regiert, beherrscht die Welt. Anna runzelte die Stirn. Wollen Sie etwa auch behaupten, dass die Engländer den Weltkrieg forciert und damit letztendlich schuld daran waren, um ein deutsch-russisches Bündnis zu verhindern? Ja, genau. Seit Anfang des Jahrhunderts läuft eine gigantische Einkreisung ab und die Briten nehmen dafür sogar in Kauf, dass die Führung des Empires an ihre amerikanischen Brüder übergeht, mit denen sie aufs engste verbunden sind. Der erwähnte Hitler-Ludentorf-Putsch kommt ins Rollen, misslingt bekanntlich, woraufhin Heinrich und Anna getrennt nach Davos gebracht werden, wo es dann zu einer innigen Familienzusammenführung kommt. Davos Lautes Kreischen riss mich aus dem Schlaf ein schriller, gespenstischer Schrei. Als ich die Augen aufriss, schlug mir das Herz bis zum Hals. Es war stockfinster. Allein das Rattern eines Zuges war zu vernehmen. Hatte ich geträumt? Ich sah mich wieder mitsamt der Menschenmenge in Richtung Feldherrenhalle marschieren, rundum wehende Hakenkreuzfahnen, dann die wütende Fratze von Anton Mauerstein, wie er auf mich schoss, der Schusswechsel mit den Polizisten und schließlich das ganze Blut, die Schreie, die Angst. Der Zug fuhr aus dem Tunnel und Erleichterung durchflutete mich. Ein Tunnel, ganz normal hier oben in den Alpen. Mir gegenüber in dem kleinen, grau gepolsterten Abteil saß ein Mann und musterte mich mit hellblauen Augen. Ja klar, er war einer der beiden, die mich in München nach der Demonstration genötigt hatten, in den Wagen zu steigen. Während der Fahrt hatten sie mir erklärt, sie würden im Auftrag meines Vaters handeln und gaben mir dessen Visitenkarte als Beweis. Und sie sagten, dass sie mich in die Alpen zu ihm bringen würden. Kurze Zeit später fuhren wir unter lauten Quietschen der Bremsen endlich in Davos ein, der höchstgelegenen Stadt Europas mit knapp 10.000 Einwohnern. Über uns leuchtete der Himmel in durchdringendem Blau, obwohl sich die Sonne bereits dem Horizont näherte. Wir zogen unsere Pelzmäntel an, stiegen an der kleinen Bahnstation aus, setzten uns in einem gemütlichen Einspänner und fuhren los. Vorbei am prächtigen Kurhaus, die elegante Promenade entlang, wo die gehobene Gesellschaft warm verpackt umherflanierte, einheimische Touristen und Lungenkranken, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Manche waren auch mit Skiern unterwegs oder fuhren wie wir in Droschken. Belustigt sah ich einem Mann auf Skiern nach, der sich von einem Pferd ziehen ließ und dabei ein Gesicht machte, als sei es das Natürlichste der Welt. Bald schon erreichten wir das etwas abgelegene Stationshäuschen Davos Schatzalp. Wohin geht's jetzt? fragte ich neugierig. Hinauf ins Sanatorium Schatzalp antwortete mein Begleiter und ging die Fahrkarten holen. Ins Sanatorium, wiederholte ich. Ist mein Vater denn krank? Der Mann zuckte nur mit den Achseln. Mit einigen anderen Gästen stiegen wir in eins der geschlossenen Abteile, eine kleine rechteckige Kabine und setzten uns mit Blick nach oben hin. Langsam fuhr die Bahn an die 700 Meter lang steil bergauf bis auf 1861 Meter Höhe. Wir stiegen aus und stapften durch den Schnee auf ein elegantes, vierstöckiges Jugendstilgebäude zu 300 Meter über Davos thronend. Das Sanatorium war lang gestreckt, mit seiner Vielzahl an Balkonen erinnerte es mich an einen versunkenen Ozeandampfer, auf dem sich Nacht für Nacht eine Geisterschar amüsierte. Hier entlang sagte mein Begleiter, wir durchquerten unter teils neugierigen Blicken die großzügige Hotelhalle. Müssen wir uns nicht anmelden? fragte ich und zog meine Mütze ab. Nicht nötig, sie werden erwartet. Wir fuhren mit dem Lift bis ins dritte Stockwerk und gingen einen komplett in weiß gehaltenen Gang bis zu Ende, wo wir vor einer Tür stehen blieben. Ich fühlte leichte Panik in mir aussteigen. Ist mein Vater in diesem Zimmer? Der Mann hob nur kurz die Augenbrauen. Brauchen Sie noch etwas? Vielleicht eine Flasche Wodka, antwortete ich. Dann gelänge es mir vielleicht, die Bakterien in Schach zu halten. Er nickte, klopfte an, öffnete leise die Tür, ließ mich eintreten und schloss sie wieder. Ich war allein. Doch draußen auf der Balkonloge stand jemand in Pelzmantel und wollener Mütze, der Silhouette nach eine Frau. Das war doch. Ich näherte mich von hinten und berührte sanft ihre rechte Schulter. Wie vom Blitz getroffen, drehte sich Anna zu mir um und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Einige Stunden später Euterpe Anna lief durch die dunklen Straßen von Davos. Sie fühlte sich leer und einsam, ganz taub vor Hoffnungslosigkeit und hielt verzweifelt Ausschau nach einer Rückzugsmöglichkeit. Außerdem kroch ihr die Kälte in die modisch weiten Ärmel ihres Pelzmantels. Hinter der nächsten Ecke erblickte sie ein Hotel mit einer geradezu unwirklich anmutenden Jugendstilfassade. Eine ovale Tür, umrangt von Efeu aus grünmetallischem Kupfer, stand einladend ein wenig offen. Als sie die in warmes Licht getauchte Eingangshalle betrat, war niemand zu sehen. Dass sich die Gäste bei dem Wetter auf ihr Zimmer zurückgezogen hatten, war nur allzu verständlich. Aber das Personal? Vielleicht gingen sie davon aus, dass spätabends niemand mehr nach ihnen verlangen würde. Dennoch war es ungewöhnlich. Während draußen der Sturm heulte, sah Anna sich um, betrachtete das lebendige Muster der Tapete und an der Decke. Blütenkelche, Katzen und Vögel, morbid wirkende Masken und Gestalten, meist Frauen, deren Haare sich schlangenartig zu bewegen schienen. Aus vier im Raum verteilten Säulen, die wie in einem sakralen Raum fächerartig mit der Decke verbunden waren, ragten goldbeflügelte Engel hervor, andachtsvoll die Hände zum Gebet erhoben. Plötzlich meinte Anna, eine Melodie zu vernehmen, ganz leise, wie von einer Flöte. Sie schaute nach rechts und links und entdeckte hinter einer der Säulen eine angelehnte Tür. Darüber hing das Bild eines sich küssenden Paares, dessen Haare ineinander verschmolzen. Vorsichtig drückte sie die Tür auf, eine Treppe führte hinab. Hallo? Ist da jemand? rief sie und hörte ihre Stimme wie in einer Höhle wieder hallen. Anna stieg die Stufen hinab und betrat eine Schwimmhalle. Die Wände waren wunderschön ornamentiert, von der Decke hingen Kronleuchter in Form von Blütenkelchen, auch hier gab es Säulen mit Engeln, die das etwa zwölf Meter lange Becken säumten. Überall ringsumher glitzerten Steine, vielleicht sogar Edelsteine, Diamanten, Saphire und Rubine. Am gegenüberliegenden Ende ragte eine große Skulptur aus der Wand, eine Frau, barbusig mit freischwebenden Haaren. Sie blickte Anna eindringlich an und es verschlug ihr den Atem, als sie sah, dass sie in ihrer Hand eine Flöte hielt. Anna trat vorsichtig an den Rand des Beckens. Das Wasser glitzerte, der Boden war mit Kacheln in leuchtendem Gold ausgelegt. Sie kniete nieder und hielt ihre Hand hinein. Es war angenehm warm. Da überkam sie eine unbändige Lust, hineinzutauchen. Kurz entschlossen zog sie sich aus und sprang hinein. Fieberwahn Als ich das Restaurant verließ, riss es mir sogleich die Mütze vom Kopf. Ich konnte sie gerade noch packen. Dieser Schneesturm hatte etwas Aggressives an sich, als meinte er es persönlich mit mir. Jacke, Mütze und Schal vermochten mich bald nicht mehr von der Kälte zu beschützen. Trotz eingeschränkter Sicht stapfte ich unverdrossen durch den Schnee in Richtung Schatzalp-Station. Würde die Bahn auch fahren bei dem Wetter? Und hatte sich Anna wirklich zum Sanatorium begeben? Ich wusste es nicht. Aber ich konnte doch nicht einfach mit den anderen im Warmen sitzen bleiben. Ich musste zu ihr, musste mit ihr reden. Im Schnee versinkend kämpfte ich mich weiter, derweil peitschten Gedanken durch meinen Kopf. Alles, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt hatte, meine Karriere, die Beziehungen und Freundschaften, ja sogar die Annäherung zwischen Anna und mir, unsere kleine Liebesgeschichte, das alles soll geplant, gesteuert, manipuliert gewesen sein? Waren wir Marionetten, Puppen in einem absurden Theater, bei dem Hellbroke und unsere Väter mit ihren Freunden im Hintergrund? Was wollte man von uns? Wir waren auserwählt, um wie Hellbroke sich auszudrücken beliebte, an der Errichtung des Salomonischen Tempels mitzuwirken. Wo war ich da nur gelandet? Vor mir tauchte das Häuschen der Drahtseilbahn auf. Ein Stein fiel mir vom Herzen, als ich den eingemummelten Mann vom Personal darin sitzen sah, der mir wie einem Schiffbrüchigen die Hand entgegenstreckte und mich hineinzog. Ob er eine junge Frau gesehen haben, fragte ich ihn, während die Gondel hinauffuhr. Er zuckte nur mit den Achseln. Eben habe er ein paar Leute hochgebracht. Vielleicht sei sie dabei gewesen. Er könne sich nicht genau entsinnen. Am Eingang des Sanatoriums passierte ich einen an der Wand lehnenden Sarg. Ich lief die Stufen hinauf in die Eingangshalle. An der Rezeption saß dösend ein alter Mann. Ich begab mich zu den Fahrstühlen und fuhr hinauf, lief den Gang entlang, wo aus einem der Zimmer wieder einmal grauenhaftes Husten drang. Würde ich bald selbst so da liegen und mir die Seele aus dem Leib röcheln? Ich klopfte und öffnete die Tür zu Annas Zimmer. Sie war nicht da. Umsonst. Oder war sie im Zimmer ihres Vaters? So unwahrscheinlich es mir auch schien. Lief ich weiter. Aber die Räume waren alle verschlossen. Also fuhr ich mit dem Aufzug wieder hinab, durchquerte die Lobby und betrat durch eine große gläserne Verandatür das im Dämmerlicht liegende Restaurant. Auch hier keine Menschenseele. Die cremefarbenden Vorhänge waren zugezogen. Auf den Tischen standen kleine, rötlich schimmernde Stehlämmchen, als wolle hier eine Gespenstergesellschaft tagen. Mir schwindelte. Die Knie gaben nach. Ich sagte auf einen Stuhl. Den Saal füllen plötzlich Menschen, Kranke aus ganz Europa, Frauen in eng anliegenden Seidenkleidern, die Männer in Knickerbockern und Sweatern. Sie unterhalten sich lebhaft in allen möglichen Sprachen, während sie sich über nahrhafte Suppen, Fisch- und Fleischgerichte über Geflügel und Mehlspeisen, Obst und Käse hermachen. Anschließend stehen sie bei leichter Klaviermusik in kleinen Gruppen umher und plaudern, spielen Domino oder Bridge, alle mit dunkelumränderten Augen. In der Tiefe des Salons erblicke ich eine weitere Gestalt, sie blickt mich an, der Tod höchstpersönlich, der den einen oder anderen Moribunden mit sich fortreißen will, auf eine Reise ohne Wiederkehr. Ich taste an meine linke Brust, vergewissere mich, dass der Revolver da ist, denn er nähert sich, kommt auf mich zu. Ich fuhr hoch, blickte um mich. Wieder überfiel mich bleiernde Müdigkeit, ich musste mich hinlegen. Also fuhr ich wieder hinauf und betrat mein Zimmer. Hatten die Alten geplant, dass wir hier zusammen schlafen sollten? Ich nahm die Wodkaflasche, die dort noch stand, und goss mir ein Glas randvoll. Dann setzte ich mich in den Sessel in der Ecke und trank. Vielleicht würde es mir ja gut tun. Hatte ich nicht eine beginnende Grippe an der Front mit einer Flasche Wodka erfolgreich in die Flucht geschlagen? Ich schloss die Augen und schlief augenblicklich ein. Als ich die Augen wieder öffnete, blicke ich in Annas lächelndes Gesicht. Ich lehne an einer großen Eiche. Es ist Sommer. Wir sind in Kreisau. Fast noch Kinder. Neben uns im goldenen Lichte glänzende Sonnenweizenfelder. Ich nehme ihre Hand und spüre innige Verbundenheit. Unser Schicksal von höheren Mächten durchwaltet. Plötzlich wendet sie sich von mir ab. Wir sind in München. Überall hängen rote Fahnen an den Balkonen. Sie reiht sich in eine Marschkolonne ein und entfernt sich. Ich laufe ihr hinterher, immer weiter ohne sie einholen zu können. Aus der Ferne dringt Kanonendeuer Donner an meine Ohren. Als ich um eine Häuserecke biege, stehe ich unvermittelt in New York, in Harlem oben an der Subway, 135. Straße. Kurz darauf laufe ich über die Lenox Avenue. Das ganze Viertel ist in Jazz getaucht. Einfach wunderbar, wie fröhlich die Leute tanzen, wie Musiker auf den Dächern stehen und ihre Saxophone spielen. Am Black Venus öffnet mir ein Riese von einem Türsteher die Tür. Der Club ist zum Wersten voll, die Stimmung ausgelassen, um mich herum halbnackte Kellner und zügellos tanzende Männer und Frauen. Auch Anna amüsiert sich wild gestikulierend auf der Tanzfläche. Ich kämpfe mich durch die Menge, als plötzlich ein Schuss fällt und die Leute in Panik auseinanderrennen. Ein Mann mit Hut stürzt auf mich zu. Ich falle, er drückt mir sein Knie auf die Brust und den Kopf auf den Boden. Wieder ein Schuss. Er fällt tot auf mich. Ich wälze ihn zur Seite, springe auf, ziehe meine Waffe und schieße. Der Mann ist stirbt vor meinen Augen. Ich bin nun in München. Schreiende Menschen um mich herum. Blut! Überall Blut! Neben mir Hitler. Auch er schreit. Doch ich kann ihn nicht hören, weil ein Maschinengewehr erbarmungslos feuert. Immer mehr Menschen stürzen oder lassen sich zu Boden fallen. Über mir ein Berg von Körpern. Ich ersticke. Heinrich! Hilfe! Hilfe! Anna! Ich versuche, mich freizukämpfen. Doch die Leichen halten mich. Ja, sie halten mich fest. Ziehen mich unter sich. Panik erfüllt mich bis in die letzte Pore. Ich schreie und schreie und wache endlich wieder auf. Es war ruhig. Nur ein Husten war wieder zu hören. Anna! Sie hatte nach mir gerufen. Geisterhaft verloren. Einsam und verzweifelt. Sie war in Gefahr. Ich nahm meine Mütze vom Bett, riss die Zimmertür auf und hetzte den Gang entlang, die Treppe hinunter durch die Eingangshalle und verließ das Hotel zurück in den Schneesturm. Heinrich! Dankeschön. Dankeschön. viele Passagen, viele Stellen zum Beispiel von Monte Verita nicht kommen konnten, weil wir ja auch eine Story erzählen wollten heute Abend. Aber die kann man ja noch nachlesen. Das ist die gute Nachricht. Danke auch Hermann Plopper für die einleitenden Worte. Sie waren sehr hilfreich, sicher um dem Werk noch besser gerecht zu werden. Aber jetzt gibt es noch Gelegenheit, dem Cyril oder auch dem Hermann Plopper noch Fragen oder Ergänzungswünsche darzubieten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das zu machen. Genau. Gibt es denn irgendeine Anmerkung, eine Idee, eine Frage, eine andere, ja, Anregung? Ich weiß jetzt nicht das Alter des Autoren, aber des Autorens, aber die Frage ist natürlich, wie kommt man als so relativ junger Mann zu diesem Tiefgang, also dass man so komplexe politische Zusammenhänge in einem Roman packen will oder möchte oder erklären möchte. Das ist meine Frage. Diese Zeit, sagen wir ab 1870 bis 1930, interessiert mich, seitdem ich eigentlich 19, 20 Jahre alt bin. Ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt und immer wieder bin ich darauf zurückgekommen, weil ich überzeugt bin, dass es eine, der Beginn einer neuen kulturellen Epoche einfach ist, vergleichbar mit der Renaissance, dass da etwas passiert ist, was im Grunde die Seelen und die Menschen verändert hat. Es hat mich schon immer fasziniert und absolut interessiert und ich denke, dass diese Zeit sehr viel stärker in den Fokus rücken muss, was ist damals geschehen, was für Möglichkeiten auch im spirituellen Erwachen der Menschheit in Europa, in Amerika, was ist damals geschehen und ich habe mich immer dafür interessiert und habe natürlich auch dann in dieser Zeit ja gesehen, wie gleichzeitig in Deutschland der Nationalsozialismus hochgekommen ist und aufgekommen ist. Der Impuls jetzt für diese Geschichte kam, im Grunde, wie ich es hier in der Einleitung beschrieben habe, letztendlich durch innere Bilder, die in mir hochgekommen sind und die Recherchen waren wie geführt auch. Also es ist so, dass ich den Eindruck habe, als würde ich mich daran erinnern. Es ist einfach, natürlich gibt es sehr, sehr viele Bücher, die ich dafür gelesen habe, aber es stellt sich mir so dar, als hätte ich es erlebt, im Grunde. Und die Bücher und die Recherchen, wie auch das Buch von Hermann Plopper zum Beispiel, Hitlers amerikanische Lehrer, hatte ich immer den Eindruck, dass sie mir in die Hände fallen, sozusagen, und dass es mein Erkenntnisinteresse auch natürlich ist, das aber irgendwo da vielleicht von einem höheren Geist der Wahrheit irgendwo geleitet, um diese Dinge ans Tageslicht zu bringen und sie in einen Zusammenhang zu bringen, auch das politische, das wirtschaftliche und das kulturelle. Ja, danke schön. Weitere Fragen? Ja, draußen, die Damen und Herren draußen sind natürlich auch eingeladen zu fragen. Es sind jetzt die politischen Geschehnisse mit den Protagonisten des Buches verwoben, aber kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich einen realistischen Bezug zur historischen Wahrheit, also so zumindestens, wie man sie in den jeweilig ausgewählten Büchern findet, besteht? Es ist alles mit bestem Wissen und Gewissen recherchiert und niedergeschrieben, insbesondere natürlich die ganzen Hintergründe, was die angloamerikanischen Machenschaften angeht. Es geht überhaupt nicht darum, eine etwaige Antipathie gegenüber englischen Menschen, amerikanischen Menschen zu fördern, mit denen ich mich persönlich meistens unheimlich gut verstehe, deren Humor ich liebe auch und ich selbst bin sehr stark auch von der amerikanischen Kultur beeinflusst, also auch der Roman selbst hat sehr amerikanische Aspekte auch vielleicht nicht heute so rübergekommen, aber es gibt viele dynamische Aspekte, auch Action, auch solche Dinge und es geht also nicht irgendwie gegen die Menschen, sondern es geht eben gegen ein politisches Denken und ein politisches Handeln, was Deutschland ruiniert hat. Es hat uns in die Kriege geführt, sie haben versucht, Deutschland zu vernichten und immer wieder zu verhindern, dass Deutschland ein gutes Verhältnis bekommt zu Russland und ich denke, das entspricht absolut der Wahrheit und es wurde im Grunde immer uns ja verborgen irgendwo und man hat uns ein Geschichtsbild vermittelt, das irgendwie ja in gewisser Weise so amputiert ist, wo diese ganzen Aspekte nicht zum Tragen kommen, die aber meiner Ansicht nach real sind und auch heute noch eine große Rolle spielen. Ja, weitere Meldungen, nicht so viel auf einmal. Cyril, was mich immer wieder erstaunt und auch jetzt bei der Lesung ich wieder bemerkt habe, ist die unglaubliche Ähnlichkeit zu heute. Also es sind sehr viele Passagen drin, wo ich gemerkt habe, das hätte ja auch heute, das hätte, ist das jetzt wirklich 100 Jahre her, unglaublich, das sind ja hochaktuelle Themen. Ist das auch ein Teil deines Anliegens, dieser mahnende Beitrag, wo du sagen willst, ja, okay, ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt? das Anliegen hat das Anliegen hat sich erst im Laufe des Schreibens entwickelt. Es war nicht so, als hätte ich das Anliegen von Anfang an gehabt. Erst durch die eigene Konfrontation mit den historischen Ereignissen, wie sie mir jetzt dann erschienen sind, ist das Anliegen in mir erwachsen, praktisch die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie die politischen Geschehnisse verlaufen sind. Natürlich nicht um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, aber doch um zu sehen, dass, wie Hermann Plopper auch gesagt hatte, die Deutschen in gewisser Weise doch in ihrer Kultur, bei Goethe, Schiller und vielen anderen, einen Zug haben zur Spiritualität, dass sie ein Bewusstsein haben der geistigen Individualität, dass wir nicht nur Körper sind, sondern geistige Wesen, die hier sind, nicht umsonst und auch nicht einfach nur um zu konsumieren, sondern um zu wachsen und uns als Menschheit weiterzuentwickeln und das einzige Anliegen vielleicht, was ich hätte, ist, dass es vielleicht so ist, dass wir aufgrund dieses Narrativs, des angloamerikanischen Narrativs, wie eine Decke über allem liegt und die Menschen hier nicht dazu kommen, vielleicht den Mut zu haben, an die deutsche Kultur sich zu wenden, um wieder Anschluss zu finden an die eigene Spiritualität. Man braucht nicht jetzt nur Yoga zu machen, sondern man findet sehr vieles in unserer mittel-europäischen Kultur und Zivilisation, um uns als Individuum, als freie Menschen spirituell weiterzuentwickeln und das wäre, denke ich, letztendlich mein Anliegen. Danke sehr. Ah, hier ist eine Wortmeldung. Mir fällt dazu ein, ich bin Jahrgang 47 und bin also nach dem Krieg 53, 54 in die Schule gegangen und nach dem Krieg wurde ja überhaupt keine, überhaupt nichts über den Krieg erzählt, ganz im Gegenteil, er wurde Dinge, die vorm Krieg waren, zum Beispiel die Ausbildung von jungen Leuten mit Segelflugzeugen in Limburg durch die Gegend zu fliegen, das wurde als positiv dargestellt, dass das nachher die Piloten waren, die in den Tod gestürzt sind, Lehrer, die bei den Faschisten mitgemacht haben, wurden wieder eingestellt und zwar ganz bewusst und es wurden andere, das wurde bei uns zu Hause so diskutiert, andere, die gegen diese Geschichte waren und die für eine anständige Aufklärung der Jugend über das, was passiert ist, nur dass das scheinbar Positive wo wir als Kinder eigentlich sofort gesagt haben, ach, wenn wäre das schön, wenn das heute noch wäre, also dass wir den Segelflugschein machen können, das ist zwar dann ein paar Jahre später so geschehen und das wurde ja ganz bewusst im Grunde genommen arrangiert, das eine nicht zu tun und das andere wieder zu tun und das hat ja 60, 65 Jahre gedauert, bis das wieder, ich denke an Degenhard, hier im Inneren des Landes, da leben sie noch und jetzt sind sie wieder da, mehr in der ehemaligen DDR, aber da wird wieder ein braunes Süppchen gekocht. Das braune Süppchen wird wahrscheinlich immer wieder und wieder gekocht und es wird eben auch nicht nur von Deutschen und in Deutschland gekocht. Das braune Süppchen ist vielleicht auch der Mangel an geistigem Bewusstsein. Also ich denke, um das zu verhindern, man müsste vielleicht erkennen, dass auch der Nationalsozialismus war der Todfeind des freien Individuums. Das braune Süppchen will den freien Geist ja immer ersticken. Das heißt, das braune Süppchen ist auch eine Form des Materialismus. Nur rutscht er ab noch dann, wie beim Nationalsozialismus, in diese Blutfantasien, die mit modernen Nationen überhaupt nichts zu tun haben. Und das braune Süppchen ist genauso etwas Bedrohliches wie auch eine alles zudeckende Materialismus, der den Menschen nicht atmen lässt, weil er ihn reduziert auf die Maschine, die Körpermaschine, weil er die Gedanken reduziert auf das Gehirn, weil er den Menschen nicht dazu die Möglichkeit bietet, zu sich selbst zu erwachen. Die höchste Selbstmordfrage ist in Südkorea, weil dort also unheimlich viel gefordert wird. Also ohne 100.000, was weiß ich jetzt, also ein großes Vermögen, ohne großes Auto, ohne Frau, Frauen gibt es kaum, hat man keine Existenzberechtigung. Da ziehen junge Leute mit abgeschlossenen Studien nach Amerika, um Erdnüsse zu ernten, um darauf zu warten, dass sie die Green Card kriegen und dann vielleicht sich irgendwie befreien über Geld wieder. Also es ist schon verrückt. Früher war Schweden wegen der Dunkelheit, es war noch irgendwo ein natürliches, ein natürlicher Mechanismus. Also die, wie nennt sich das, die Winter sind bei den langen Dunkelzeiten und langen Hellzeiten eben erhöht. Und das wurde abgelöst von Korea. Also die Würde des Menschen ist unantastbar und das mag in unserem Grundgesetz stehen, aber man spricht ja auch nicht mehr darüber und vielleicht sollte man einfach auch mehr darüber sprechen, weil es eigentlich etwas Selbstverständliches ist. Und so weit waren wir ja eigentlich schon, nur man spricht ja gar nicht mehr darüber. Die freie Individualität, die Würde des Menschen und die Liebe auch, muss man darüber sprechen, denke ich. Hermann. Ja, sehr gut. Ja, was ich bei der Lektüre bis jetzt noch gar nicht so bemerkt hatte, war, hier kam dieser Herr Hallbrook, das ist ja eine Fantasiegestalt, also irgendwie die gebrochene Hölle oder wie man das immer übersetzen soll, der sagte dann ja, wir bauen an einem Tempel von Jerusalem, das war mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, das ist ja ein Verweis auf Freimaurer, auf ganz zum Beispiel Herr Deiselblom, das war der Chefunterhändler der EU, in den TTIP-Verhandlungen mit den USA, ist Mitglied in der Freimaurerloge von Hiram. Hiram ist der Architekt gewesen von dem Jerusalem damals. Mich würde jetzt mal interessieren, ja, diese Bestrebungen von diesen ominösen Herr- und Darmschaften da aus dem Council und so weiter, wie sehen Sie das, welches waren die Motive jetzt sozusagen, diese ganzen Puppen spielen zu lassen? Ist das ein Plan, der schon uralt ist, oder geht es hier einfach um materielle Interessen und Profitmaximierung, möglichst geschickt sozusagen strategisch untermauert? Das war mir jetzt gerade neu aufgefallen mit dem Hiram. Lord Hellbroke sagt, dass er sich von seinen Kindern und Enkelkindern wünscht, dass sie Steine im Tempel Salomon sind. Und das sind in der Tat Freimaurer-Symbole. Die Freimaurer sind genauso wenig zu kriminalisieren wie auch die Engländer, die Amerikaner oder die Juden oder die Deutschen oder wer auch immer. Es gibt, denke ich, jedoch politisch agierende Freimaurer-Logen, die schon auch seit einiger Zeit ihr Unwesen treiben. Und ich denke, dass diese ganzen Geschehnisse, die damit zu tun haben, dass man zum Beispiel eine Verbindung von Deutschland und Russland zum Beispiel verhindern will, dass das ausgeht auch eben von bestimmten politisch denkenden, politisch agierenden Freimaurer-Logen. Das sind praktisch die Hochgrad-Freimaurer-Logen, wenn ich das so richtig einschätze. Es ist natürlich nicht leicht, das richtig zu durchblicken, aber ich denke, dass es eben so ein, dass diese Logen eine Rolle spielen. Also man kann es nicht einfach dann vom Tisch wischen und so machen oder so agieren, als würde es das nicht geben. Natürlich ist das auch wieder mal ein so heikles Thema, weil ja auch die Nazis wiederum dann den Freimaurern zusammen mit den Juden praktisch alles Schlechte der Welt in die Schuhe geschoben haben. Aber ich denke, dass es eine bestimmte Sektion gibt, der Freimaurer, die politisch agieren, die anglo-amerikanische Freimaurer-Logen sind. Und die, ja, vielleicht auch wie die Spinne im Netz, im Grunde die Dinge so auch aushacken, praktisch. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass den Freimaurern eigentlich eine sehr positive Funktion zukommt. Sie haben nämlich wirklich Europa aus dieser papistischen Unterdrückung noch mal gründlich befreit. Die französische Revolution ist wahrscheinlich so wenig zu verstehen, ohne Freimaurer, wie auch die US-amerikanische Revolution von 1776. Das heißt, und auch Goethe, Willem Meister, das ist ein einziger Freimaurer-Roman. Die Gesellschaft vom Turm, das ist bei Ihnen sozusagen, kommt das ja auch irgendwo wieder so ein bisschen parodistisch durch. Und, ja, aber ich glaube, diese Freimaurer, die so Übles betreiben, wie zum Beispiel die Loge P2 in Italien, sind im Prinzip eher reaktionäre, klerikale Gegengifte. Die haben gesehen, ah, das funktioniert, die Elite auf einen fortschrittlichen Kurs zu bringen, wie in Deutschland zum Beispiel, das sehr gut gelungen ist. Da müssen wir mit derselben Waffe reagieren. Das ist so mein Gedanke. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber das ist so eine Hypothese von mir, dass die Reaktionären aus dem klerikalen Bereich im Prinzip dann versucht haben, die Freimaurer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und zum Beispiel muss man, denke ich, ganz vorsichtig differenzieren. Also das Verdienst der Freimaurer ist im Prinzip sehr hoch zu veranschlagen. Und es wurde dann sozusagen ein Gegengift, ein Antidot wurde dann daraus gemacht, um von der anderen Seite, um das zurückzuschlagen. Und ich glaube, das ist auch im Moment, was man so in vielen Bereichen sieht, auch wenn man ins Internet guckt, diese, glaube ich, reaktionäre, gegenfreimaurerische Bewegung, die da ihr Unwesen treibt. Also wahrscheinlich interessant, die Geschichte ist auch noch nicht geschrieben, die Freimaurer und ihre sozusagen negative Verballhornung, ihre Reaktionäre. Das ist erst mal so eine Hypothese von mir. Das ist eigentlich gar keine Frage. Das finde ich auf jeden Fall sehr wertvoll, dass Sie das sagen. Die Freimaurer, wie gesagt, sind auf keinen Fall als solche irgendwie unter diesen Generalverdacht zu stellen. Und Sie haben sehr im Sinne der Menschenrechte auch und der Demokratie und des freien Menschen, des Individuums, Großes getan und geleistet. Und eben auch jemand wie Johann Wolfgang Goethe war eben auch ein Freimaurer, Mozart, Voltaire. Also im Grunde sind sehr, sehr viele auch Freimaurer gewesen. Und es gibt dann eben einen kleinen, aber doch sicherlich mächtigen Kreis innerhalb dieser Logen, die praktisch Partikularinteressen so vertreten und auch nicht das Wohl der Menschheit als solches vor Augen haben. Aber wie immer gibt es eben schwarze Schafe. Das heißt nichts Schlechtes gegen die Freimaurer, auf keinen Fall. Ich fand diesen Begriff von dem Herzland sehr interessant und habe das auch nur einmal bis jetzt überhaupt gehört und ich frage mich, genau, da gibt es eine schöne Karte. Scheint ja irgendwie aus irgendeinem, ich sage mal, modernen Think Tank zu kommen oder aus irgendeiner so einer Idee. Wissen die Russen eigentlich von dem Potenzial dieses Herzlandes? Oder ist das nur so etwas Anglo-Amerikanisches? Ganz allgemein vorhergesagt, das ist eine Originalkarte von dem MacKinder und Pivot Area ist dieses Herzland. Das fehlt jetzt hier als Untertitel. Im Buch ist das erklärt. Ich denke, dass die, also die Russen, wir wissen ja dann, was wir so meinen, dann auf jeden Fall davon wissen. Sie haben auch ein Bewusstsein davon und haben zum Beispiel diese Eurasische Union ja auch gegründet, wohl mit diesem Hintergedanken eben, dass es im Interesse der Menschen auf dem Eurasischen Kontinent ist, dass sie eben keinen Krieg miteinander führen und dass es im Interesse aller ist, dass wir hier praktisch in Eurasien, also auf dem Eurasischen Kontinent, in Europa, in Asien, und generell natürlich auf der Welt gilt das sowieso, aber ich denke, umgekehrt, wie wir auf Russland schauen, schauen sie zu uns und die Vernünftigen unter ihnen wünschen sich sicher keinen Konflikt mit Europa, sondern ich denke, dass sie sich dessen bewusst sind, dass von bestimmten Kreisen immer wieder das hintertrieben wurde, dass man sich gut versteht einfach und das kennen sie schon. Ich denke, ja, ja. Also der Council on Foreign Relations hat ja auch in den frühen 20er Jahren sich schon dafür eingesetzt, die Sowjetunion in das Weltwirtschaftssystem zu integrieren. Und man hatte ja schon massiv sich engagiert in der Sowjetunion. Also Avril Harriman, der auch die Eugenik betrieben hat, hatte sich in Mangan-Geschäften beteiligt, Rockefellers, darüber ist sogar ein US-Präsident zu Tode gekommen, nämlich Harding, der eine konkurrierende Ölfirma in den USA bevorzugt hatte und Rockefeller hat dann doch noch rumgerissen das ganze Rad und die Sowjetunion war eigentlich das Saudi-Arabien der 20er Jahre für die USA durch billige Rohstoffe und eben keine Rechte für die Bevölkerung. Ideal und es gab auch eine große Begeisterung in der US, Ivy League Gesellschaft, also in der Elite für die Sowjetunion. 1927 gab es eine Umfrage an den Elite-Universitäten, da zeigten sich 35 Prozent der befragten Studenten voll begeistert für das Modell der Sowjetunion. Es war so eine Art von Nebenprojekt, dass dann natürlich Stalin dann dieses Thema nicht auf den Tisch gebracht hat, dass jetzt diese Private Area, dieses Herzland, dass es massiv gefährdet ist, weil er selber nämlich massiv sozusagen mit drin war im Geschäft. Das endete erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die Ölreserven in Arabien fand und dann wurde eben die Sowjetunion umfunktioniert zu einem Sparringspartner für den militärindustriellen Komplex. Es gibt Bücher aus der Hitlerzeit in Deutschland, die auch schreiben, dass Stalin ein Mann der Wall Street ist, ist kein Geheimnis. Also darin könnte ein Grund liegen, warum damals diese Sensibilisierung für die Gefahr für Eurasien zumindest von der sowjetischen, russischen Seite her nicht formuliert wurde, weil Stalin sozusagen ein Subunternehmer der Wall Street teilweise gewesen ist. Und könnte man noch weiter ausführen. Ich will jetzt hier nicht ein Co-Referat anfangen, aber ich denke, meine Vermutung ist, dass deswegen die Sensibilisierung über mindestens 40, 50 Jahre in den betroffenen Bereich nie stattgefunden hat. Das geopolitische Denken offensichtlich, wie es speziell eben in England praktiziert wurde, ist bis heute offensichtlich ja eben ein strategisches Denken, und wenn man das realisiert, wird man die Dinge anders auch betrachten. Und ich habe das Gefühl, immer bei uns in Deutschland sozusagen, bis vor wenigen Jahren hat man das nicht zur Kenntnis genommen. Man dreht sich in seinem eigenen Süppchen, jetzt vielleicht nicht in dem braunen Süppchen, aber in dem vermeintlichen Wissenssüppchen und möchte sich nicht weiter bilden und sich öffnen dafür, was eigentlich Machtmenschen aus anderen Regionen in ihren Köpfen vorgehen haben und was eine große Rolle gespielt hat in der Geschichte der Menschheit. Die zwei Weltkriege haben sehr viel zu tun, meiner Ansicht nach, eben mit diesem geostrategischen Denken. Und jemand, der das ja auch sehr stark in die Öffentlichkeit trägt, ist ja zum Beispiel der Willi Wimmer, der eben das doch deutlich dann auch zum Ausdruck bringt, dass es dieses Denken gibt und dass wir Interesse haben, das besser zu kennen. Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit stelle ich jetzt die letzte Frage. Vorhin wurde ja schon angedacht oder angeregt oder angesprochen, dass noch zwei Bände vorerst mal geplant sind, was ich bestätigen kann als Verleger. Kannst du uns so einen kleinen Ausblick geben, was uns im nächsten Band, der ja nächstes Jahr erscheinen soll, erwarten wird? Während der erste Teil von 1917 bis 1925 dann sich abspielt, geht es von 1926 bis 1934. Wir verfolgen praktisch die Entwicklung weiter von Heinrich und Anna und sehen praktisch eine Vertiefung dieser Themen und wie Heinrich dann eben eine Karriere machen wird im Kontext dann des Nationalsozialismus. Er wird, soll ich es sagen, ja, warum nicht, dann nicht so viel. Also er wird auf jeden Fall eine gute Karriere machen dann innerhalb der NSDAP und wird dadurch auch Einblicke haben in die Führungsriege, während Anna natürlich weiterhin eben auf dem Gegenpol sich befindet und immer mehr zu ihrem wahren Selbst erwacht. Das spirituelle Selbst, das Wissen um ihr göttliches Selbst und schließlich dann nach der Machtergreifung wird sie sich dafür einsetzen, Menschen jüdischen Glaubens aus Deutschland rauszubringen, Kinder vor allem. Ja, das war so ein schönes Schlusswort. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, vor allem natürlich erstmal beim Cyril, mit Partnerin, dass ihr hergekommen seid aus Frankfurt, die Wegstrecke gefahren seid und den schönen Abend gestaltet hat. Dann natürlich Herr Marploppa für die wichtigen, wertvollen, ergänzenden Beiträge und natürlich für alle Anwesenden, die trotz der sengenden Hitze hier und der werden wir hier so lange ausgehalten haben. Toll, also vielen Dank. Ich denke es nochmal einen herzlichen Applaus. Ich denke es nochmal einen herzlichen Applaus.